Und ganz herzlich willkommen nach, also ganz ehrlich, für mich war es jetzt, also eigentlich war es für euch ja nicht so eine lange Pause, aber ich würde sagen, mein lieber Max, gefühlt hat es sich für uns schon ganz schön lange hingezogen, oder? Ja, es gab erst technische Probleme, also mein Computer meinte irgendwann so, nö, fick dich, und dann bin ich krank geworden und ich bin immer noch nicht ganz gesund, also ich versuche, alle Huster zu erwischen, aber falls ich zwischendrin huste, tut es mir leid, müsst ihr halt mitleben. Und aus Prinzip lasse ich meinen jetzt von Anfang an einfach mal drinnen, ne? Ja, ich meine dann auch, der Erste, muss ja sein. Ja, der Erste. Das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt heute ein bisschen Theorieklamauk spielen, aber bevor wir das machen, Leute, es ist jetzt so, ihr seid uns gerade ganz schön auf die Pelle gerückt mit unseren Folgen, auch auf YouTube, seid ihr fast aktuell. Ne, wir gehen da jetzt nicht auf alles ein, das ist einfach nicht möglich, wir halten uns, solange wir aktuell sind, versuchen wir Podcast aktuell zu bleiben, und ehrlich gesagt, schreibt ihr auf YouTube inzwischen so viele Kommentare, dass wir da nicht mehr in unserem gesetzten Zeitlimit drüber kommen würden. Ähm, ja, aber jemand hat geschrieben, moin moin, also der Jonas Gers hat geschrieben, moin moin, ihr beiden, schöne Folge, aber hört euch doch mal zum Thema Horus, der letzte Track von Feuerdämmerung 5 an. Viel Spaß und danke für den tollen Content. Jo, äh, danke fürs Kompliment. Ähm, hab ich noch nicht gemacht, werd ich mal machen, aber tatsächlich, auch wenn ich's könnte, jetzt nicht, weil ich bin noch nicht so weit in der Feuerdämmerungsreihe, und ich will tatsächlich jetzt diesen Eisenhorn-Kram erstmal abschließen. Äh, Luke hat gefragt, was wären denn so Weizgras-Bücher, Max? Weizgras-Bücher? Ja, ähm, Pfade des Himmels, würd ich sagen. Ja, Pfade des Himmels, wie hieß das? Es war nicht Gathering Storm, das war was anderes. Ähm, Ruinstorm, meinst du? Waren das Ruinstorm? Na, der würde mir jetzt einfallen, aber da geht's doch eigentlich ... Ja, das waren nicht die White Scars, das war, äh, hier Imperium Secundus. Ja, genau. Ja, genau, ja. Ähm, wüsste ich aktuell kein, also kein Buchtitel auswendig. Ähm, also die drei White Scars-Bücher aus der Horus-Heresy. Richtig, ich denke, also es gibt wirklich nicht viele White Scars-Bücher, zumindest soweit wie ich jetzt in der Horus-Heresy bin, und das ist jetzt, ja, irgendwie so um Buch 40, paar und 40 drumherum, hatte ich bis jetzt, glaube ich, wirklich nur zwei oder drei White Scars-Bücher, oder die halt zumindest White Scars-Charaktere drin hatten. Also ich denke, ähm, ja, viele gibt's nicht, und die, die es gibt, die sind ziemlich gut. Also, was ich sagen würde, wäre, erst mal die Frage, Max, welches Horus-Heresy-Buch liest du gerade? Ähm, du weißt ja, ich lese, ich lese die nicht. Du, 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 du hast kein, du kannst es lesen, ich weiß. Ja, generell, also Leute, Analphabeten, ne? Anal, hä, okay. Äh, ich lese gerade, oder ich, ich, ich höre gerade tatsächlich Rune Storm. Oh, du bist bei 46. Ja. Es kommt noch Old Earth, Burden of Loyalty, Wolfsbane, boah, der ist, Wolfsbane würde gefallen, der ist gut. Äh, Born of Flames, Slaves to Darkness, der ist auch richtig gut. Heralds of the Siege. Mhm. Die Titan Death, mhm. Die Buried Dagger ist auch noch, okay. Und Old Earth ist auch geil. Da bin ich gespannt. Also, das hab ich auch schon, äh, gekauft. Und, äh, Burden of Loyalty ist auch schon gekauft. Ähm, muss halt nur noch gehört werden, ne? Ah. Ja. Ja, die sind geil. Also, ähm, zum Thema Whitescars nochmal kurz zurückzukommen. Also, alle in der Horus Heresy, die einfach mal suchen auf Black Library. Whitescars, äh, Jagatai Khan, das Primarchenbuch natürlich. Und Warhawk aus der Siege of Terror, da dreht sich's auch um die. Und der ist, also das Ding ist, das ist ja das Schöne an der Horus Heresy. Ihr könnt euch diese drei Whitescars-Bücher schnappen, die es in, oder zwei, ich glaube, aber es waren fast drei, ich hätte sie jetzt noch hier liegen, aber aufstehen. Nee, ihr wisst ja, Professionalität ist nicht. Ähm. Ja, nee, bei uns schon gar nicht. Nee. Also, jedenfalls, diese Bücher, ähm, könnt ihr komplett durchlesen und euch dann Warhawk aus der Siege of Terror holen, weil es geht basically um diesen Run Death Guard versus Whitescars und das findet da einen phänomenalen Abschluss. Also, das ist eine gute Sache. Ja, das klingt geil. Genau. Ähm, die Frage überspring ich, zu der komm ich als letztes. Äh, man. Moor hat uns gefragt, ob wir nicht schnell mal eine Playlist machen können für unsere super, duper, äh, Musikwünsche, weil er schon mehrfach auf, äh, neue Musik gekommen ist durch uns. Es gibt schon eine. Tatsächlich. Und ich bin mir sicher, dass die auf Instagram auch schon mal geteilt wurde. Falls nicht, packe ich die die Woche noch in die Highlights. Versprochen. Oder sagen wir einfach am Releasetag. Weißt du was? Genau. Am Releasetag packe ich diese Folge mit einem Link in die Story. So. Das musst du dir aber merken, weil, äh, ich merke mir sowas sowieso nicht. Ja, ich mach das. Ich mach das. Ich hör eh noch sowieso noch mal rein. Ähm. Die Rückkehr der Primarchen wird immer besprochen, sagt Rabenfürst Jan. Aber wär's nicht interessanter, große Helden fürs Imperium zu bringen, die aber für uns unbekannt sind? Wie Unsterbliche, weil wir damit nicht rechnen. Verkauf dich nicht. Verkauf dich nicht. Ganz einfach. Also, so scheiße, wie es klingt. Ähm. Ihr müsst das aus der Sicht von GW sehen. Klar wär das, also, storytechnisch wär das definitiv geil, weil, ähm, ja, wär halt cool, mal neue Charaktere zu sehen. Aber aus der Sicht von GW, und das ist halt einfach ein, äh, eine Firma, die Geld machen möchte und die ihr Geld halt mit Modellen macht und, ähm, da verkauft sich ein Primarch einfach wesentlich besser als, äh, Perpetual XY. Ich seh das jetzt mal aus einer, noch einer anderen Sicht. Stellt euch vor, die Hohes-Heroesie ist ja sehr lang gegangen, ne? Stellt euch vor, ihr fangt die an, so mit 12, 13 Jahren zu lesen, ne? Geht über 10 Jahre, seid ihr zu Anfang 20, seid praktisch mit diesen Charakteren aufgewachsen, habt gesehen, wie sie gewachsen sind, ist toll, und dann endet das, total genial. Und ihr steht da, hm, und dann kommt halt ne neue Ära und, jo, geschichtstechnisch liegen da, sagen wir mal, rund 30 Jahre dazwischen, aber für euch war das praktisch gestern. Ähm, nun, und hier habt ihr jetzt neue Charaktere, die vollkommen unbekannt sind und am Ende läuft es so beschissen, dass man sagen muss, äh, aus irgendeinem Grund, dem wird's nicht erklären können, ist Horus zurückgekehrt. Ja, Leute, ich mein Star Wars. Hat nicht funktioniert, lassen wir, machen wir nicht hier. Blöde Idee. Also, Horus-Heroesie, Part 1, alle lieben Primarchen, und denen wir jetzt natürlich mit ins aktuelle Setting, weil, wie Marc sagt, es sich verkauft, und, wie wir ja gesagt haben, es raubt nicht unbedingt Leuten das Spotlight, und es macht's eigentlich sogar, finde ich, sogar noch ein bisschen geiler, weil, wie geil ist denn das eigentlich, dass der größte Kämpfer Primarch, der Löwe, zurückkommt, und das Einzige, was er schafft, ist zu verhindern, dass seine ganzen Söhne vollkommen von der Map gewiped werden. Sie kriegen halt nur hart aufs Maul. Ja, aber immerhin hat er es geschafft. Genau, ähm, zum Thema, sagt Fabian, zweiter Primarch, äh, gab es eine Paria-Primarchen? Wäre das möglich, weil irgendwie schön und grüblerisch? Uh, äh, ein Paria meinst du jetzt damit, ähm, einen Seelenloser, ne? Also, so ein Null. Ja, ein Blackheart. Ähm, nein, aus einem ganz einfachen Grund, ähm, weil die alle Seelen haben. Also, ja. Also, das sind halt alles, ähm, Wesen, die, äh, einen niederen Warp-God als Seele haben. Und das schließt Paria schon komplett aus. Also, das geht nicht. Und ich, ich weiß, wo diese Theorie hingeht, ins, von wegen, ja, ähm, er sah den Imperator, wie er wirklich war und bla bla bla. Schöne Idee. Safe. Ne superschöne Idee. Aber, wie Marc schon sagt, Sehensache. Und dass es mal irgendwann vielleicht einen Urvater der Parias gab und das irgendwie noch so, ja, why not? So, ich mein, es ist logisch, dass der Imperator den Sionisch nicht gefunden hat. Und Magnus auch nicht. Und die Chaosgütter auch nicht, weil er liegt in seiner Natur. Aber man könnte ihn irgendwann mal einführen. Oder sie, wer auch immer, ne? Aber ein Primarch war es vermutlich nicht. Ja, genau. Ähm, ja, dann, Stefan hat noch gefragt, beziehungsweise darauf hingewiesen. Die Grey Knights haben noch keine Modelle in Primaresgröße, außer Kassel & Crow und Voldos. Gut möglich, dass sie demnächst auch etwas Aufmerksamkeit bekommen. Und, achso, liebe Grüße aus Wien. Hallo, zurück nach Wien. Und übrigens, hallo an alle, die uns geschrieben haben, wo ihr uns herhört. What the fuck? Ähm, trotzdem. Gute Frage, Stefan. Gute Aussage. Es gibt keine Kastellan-Modelle. Keine Kastellan, keine Primares-Modelle. Und wir haben ja heute eine Theorie-Kamorx-Folge. Und die geht tatsächlich ein bisschen auf dein Thema ein und auf deine Frage. Äh, zu dem demnächst kommen wir mal am Ende. Aber, nun, Max, ich finde eine Sache sehr schön, die nämlich andere Kollegen von uns immer machen. Nämlich dieses Raten. Du darfst dreimal raten, worüber wir heute mal ein bisschen sprechen. Alter, du hattest mir ja ein Bild geschickt. Ja. Also, für alle, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau an das Bild, aber du hattest auf jeden Fall einen Magnus im Hintergrund, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also, entweder sprechen wir über Janus. Oder? Das wäre so mein erster Gedanke. Weil, das wäre logisch bei Magnus und Rayneid, weil Magnus, äh, Scherbe, äh, oder ein Teil von Magnus ja in, äh, quasi Janus drin ist. Oder Janus hieß der? Der hieß Janus, ne? Das ist super witzig, weil leider hast du es schon erraten. Ja, wir sprechen über Janus. Und das ist tatsächlich auch funny, weil eigentlich heißt der nicht Janus. Sondern eigentlich heißt der I-Anus, also mit einem I. Aber aus irgendeinem Grund wird es längerfristig als Janus geschrieben. Ja, gut. Ich meine, es sind ja jetzt auch mittlerweile schon 10.000 Jahre vergangen, ne? Ja. Gut. Na, also, ich sag dann nur so Änderung von Namen, ne? Also, kann ja alles sein. Irgendwer hat was super Geniales geschrieben. Scheiße. Bevor wir anfangen. Sorry, aber deine Aussage triggert gerade was in mir. Leute, ich slide gerade leicht rüber zu unserem Instagram-Account und öffne den. Weil irgendwer von euch hat was mega Geniales geschrieben, was ich richtig toll fand. Wo ich mir gedacht habe, ähm, ach so, genau. Also, Janus hat uns geschrieben, schon mal drüber nachgedacht, dass Robert Gilliman auf Deutsch Robert Wilhelm heißt. Und dann habe ich halt geschrieben, warum. Und tatsächlich, in den ersten Büchern wird er ja noch Guillaume genannt, ne? Und das ist ja Französisch und wird mit Wilhelm übersetzt. Und er hat geschrieben, in der, und ich kenne das mit Guillaume tatsächlich auch noch. In der Schweiz wird William Tell ins Französische Guillaume Tell übersetzt. Rubut ist eine Interpretationsfrage. Von Rubut ist Robert auch nicht weit weg. Und, ja, lol. Also, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und ich finde, also, ja, Robert Wilhelm. Ja, wow. Das ist genau wie Jack the Ripper. Hans der Aufschlitzer. Und jetzt sagt noch mal, dass 40K-Namen beschissen sind. 40K-Namen sind beschissen. Also, ohne Witz. Zumindest auf Deutsch. Ja. Aber ich bin halt, naja, ich sag mal so, 40K hat dem Ganzen auch eine ganze Menge gegeben. Aber ich bin halt der Meinung, lieber Rubut Gilliman als Robert Wilhelm. Oder so. Robert! Ja, und sein Bruder Robert Hathelm. Autsch. Alter. Ah. Ach so. Nee, nee, wir lassen das einfach so. Nee, nee, Julian, du wolltest mir eine Theorie erzählen. Ja. Ich bin gespannt, ja. Gut. Back to Janus. Äh, wie du gesagt hast, Schad von Magnus, bla, bla, bla. Aber, da es tatsächlich da hinten raus ein bisschen dünner wird, fange ich mal vorne an und stelle euch jemand anderen vor. Nämlich Riviel oder Rivuel oder wie würdest du ihn aussprechen? Keine Ahnung. Arvida. Ich bleib einfach bei Arvida. Arvida war Sarge und der vierte Gefolgschaft der Thousand Suns und der Corviday. Oder Corviday. Keine Ahnung. Die Typen sind die, sag ich mal, äh, Vorläufer der Prognostiker wie bei den Grey Knights. Also die Grey Knights können ja in die Zukunft schauen. Oh Gott. Ha. Äh, ergibt Sinn, warum die das haben. Egal. Äh, jedenfalls erkläre ich auch gleich noch am Ende, warum mir grad so eine Münze gefallen ist. Ähm, das sind die Jungs, die in die Zukunft gucken könnten. Und der war tatsächlich bei der Schlacht um Prospero abwesend. Und warum, weiß man jetzt nicht so genau, was wir aber wissen, ist, dass nach dem Fall von Prospero, nachdem dieser, ähm, Planet eher so einem, sag ich mal, Aschebecher glich, er zusammen mit Captain Menes Calliston zurückkehrte und nach seinem Primarchen und überlebenden Thousand Suns gesucht haben. Und da war er auch übrigens gar nicht mal dafür, weil das ist extrem interessant. Es gibt ja immer so ein paar Charaktere, die ihre Primarchen nicht so unbedingt leiden können oder von denen nicht so super viel halten. Und die enden meistens auf zwei Arten, nämlich entweder als Verräter oder tot. Und Arvida ist jetzt nicht so, dass er Magnus verachtet oder so, aber er hat halt nicht dieses übermäßige, verblendete Vertrauen, was andere in ihren Primarchen haben. Er sagt halt, okay, Mechel Gepsyoniker ist unser Anführer, aber der Typ ist halt auch nicht fehlerfrei. Und naja, ne. Kann mir auch, also wird nirgends wie gestated, aber ich könnte mir vorstellen, dass der auch nicht unbedingt so begeistert vom Konzil von Ikea war, beziehungsweise von der Rolle, die Magnus da auch gespielt hat. Naja. Also, wird gelandet und sie treffen auf andere Space Marines, aber leider sind das keine Thousand Suns und leider sind das auch keine Whitescars, sondern es sind World Idars und die sind vom bestgelauntesten World Idar der Welt geführt. Richtig, Kahn, der Betrayer, der damals einfach nur Kahn heißt. Der ist da und der ist ja nicht mehr der erste Käpt'n, der ist einfach der Egg Carry oder sagen wir mal der Vertraute von Angron. Und long story short, die Jungs kriegen aufs Maul. Es ist noch ganz interessant, weil Kaliston wird halt vor Kahn gebracht und ist ein kleiner, interessanter Storypoint und zeigt auch mal wieder, dass Kahn ein geil geschriebener Charakter ist, der so hin und her gerissen ist. Denn weißt du noch, warum Kahn auf diesem Planeten war? Äh, nein, tatsächlich nicht. Er hat eine Heilung für die Nägel gesucht. Äh. Und das findet Kaliston halt witzig, also ironisch, denn er verspricht ihm erstmal, ihm zu helfen und dass das geht und so und letztendlich liest er seine Gedanken und irgendwie kriegt er eine Vision und ihm wird klar, was aus Kahn wird und er versucht, Kahn zu killen und das scheitert sehr, sehr knapp, aber Kaliston wird letztendlich zu einem Bluteimer verwandelt. Beziehungsweise mehr ist halt von seinem Gesicht danach nicht mehr übrig. Und die anderen 1000 Suns sterben im Kampf mit den World Eaters und Kahn muss unverrichteter Dinge wieder abziehen, außer, auch wieder, denn der Mann schafft es, durch seine Zukunftssicht zu entkommen. Er war zwar mal gefangen, aber er schafft es da raus und er weiß, dass er hier nicht sterben wird. Ist jetzt nicht so ein unbedingter Trost, weil er sitzt halt immer noch auf dem Planeten fest, aber hey, ne. So. Kleiner Schluck, um den Staub von Prospero mal loszuwerden. Jetzt ist es so, dass der Mann da eine Weile rumchillt und wahrscheinlich, eigentlich geht's ihm besser als Loken, weil Loken war auch auf dem Planet, wo basically alle seine Freunde abgekratzt sind, geht er wieder so, aber er kriegt eine Hyperdepression oder wie Gulliman Ultradepression. Ne, Mann, der chillt da rum und macht keine Ahnung was, vielleicht lesen oder so. Naja. Naja, per Camp wahrscheinlich diese Psyche-Knowing. Ja, tatsächlich macht er das, nämlich genau in dem Moment, als die White Scars in der Scheiße stecken und ich glaub, der hieß Quinn Zar, also dieser Anführer der Kashig, das ist die Leibgeiter von Jagatai Khan, in einer ziemlichen prekären Lage steckt und von diesen Viechern fast abgestochen wird und Max, erklär doch mal kurz, was sind diese Psyche-Knowing nochmal? Ähm, für, ich stelle sie mir immer, man muss dazu sagen, kurz vorher erklären, ich spiele sehr gerne Monster Hunter oder habe das als Kind sehr gerne gespielt, die Monster Hunter-Reihe. Diese Fickviecher. Du weißt genau, wen ich meine. Äh, nennen sich Vespolz. Könnt ihr das, ihr könnt das gerne mal googeln. Für mich sind das diese kleinen, hässlichen, also naja, kleinen nicht, die sind halt so mannsgroß, diese Viecher, äh, so fliegende Insekten und das Problem an den Psyche-Knowing ist, dass die so, äh, halb nur in dieser Realität sind. Das heißt, ähm, die phasen so aus der Realität raus, wenn sie dich stechen und stechen, äh, mit ihrem Stachel in dein Gehirn und legen da ihre, ihre Eier ab, beziehungsweise ihre Larven und das machen sie vor allem, also nicht nur vor allem, sondern exklusiv bei, äh, Hirnen von Psyonikern, weil da können diese Viecher sehr gut drin wachsen und es endet halt damit, dass der Psyoniker halt stirbt. Das ist dann so das Ende. Boah, ich muss gerade aufschauen. Ich find Parasiten ja super interessant, weil die haben keinen Lebenszweck, außer sich weiter zu vermehren. Naja, im Grunde genommen ist das der Lebenszweck einer jäderen. Äh, äh, eines jeden Lebewesens, bis du etwas höhere Intelligenz dazulegst. Tja. Also, zumindest, wenn ich, ohne jetzt groß drüber nachzudenken, äh, ist die Aufschlagen getroffen. Aber ich sag mal so, dieses Vieh hat ja keine, also wie du schon sagst, höhere Intelligenz, es spielt nicht oder so wie ein Löwe oder so. Es wird halt erwachsen, entscheidet, ich bring dich jetzt um und dann sterbe ich selber. Naja. Ja. Gut. Also, Psygnoling, furchtbar nervige Viecher. Und Künzha wird gerettet. Und, ja, da entwickelt sich tatsächlich deine Freundschaft, weil der macht eine ganze Menge. Denn, Arvida, ihr erinnert euch an die White Scars-Folgen. Falls nicht, was macht ihr hier? Zurück reinhören und dann kommt ihr hierher. Genau. So, ich warte auf euch. Schön, dass ihr wieder da seid. Also, der Punkt ist, die steckten tatsächlich auf dem Planeten fest und während sich Jagatai Khan und Mortarion gepflegt einen reinpfeffern, also gegenseitig ins Gesicht nicht jetzt, die haben nichts getrunken oder so, ist es so, dass Arvida erschafft ... Hättet ihr den beiden aber auch mal gut getan. Das hätte so einigen mal gut getan. Ja, oder? Man hätte eine Menge mal lösen können, indem, A, man sich in Ultramar getroffen hätte. Warum? Da war nämlich ein Tisch, wo alle Primarchen rangepasst haben, alle 20. Ja. Und Russ hätte mal eine ganze, 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 ganze Menge von diesem fucking Bier mitbringen sollen. Met. Aber ja. Auch das von mir aus. Und dann hätte man den ganzen Schuppen mal zugeschlossen und das Imperium mal eine Woche auf Pause gesetzt. Ja, und dann wären entweder alle bis auf einen Primarchen tot gewesen oder alle hätten sich lieb gehabt. Ja, ich hätte den im Paratum ... Was dazwischen gibt's? Ich hätte den im Paratum reingesetzt. Ja, gut, dann wären alle Primarchen tot gewesen. Wer weiß, wer weiß. Auf, Dillie! Stell dir mal vor, einen Argengrund besoffen. Oh mein Gott. Russ und der Löwe ziehen ihn so zurück. Lass mich los, ich mach den. Das ist dein Vater, ist mir egal. Na, egal. Weg von Weltraum-Eiern und ... Na ja, was zu essen muss man ja auch haben. Weg von Weltraum-Met. Zurück nach Prospero. Zwei Primarchen kämpfen und es gelingt, den Leuten ... ... die Loyalist-Listen auf dem Flaggschiff der Whitescars, nämlich Schiebert Kahn, nicht den Kahn anzuvisieren, weil es da Warp-Shenenigans gibt und so. Und Arvida, der zündet ein psionisches Leuchtfeuer durch seine angeborene Kraft. Der ist nämlich natürlich ein super krasser Psioniker. Also auch unter den Fausen-Sans ist der Typ nicht schlecht. Und, ähm ... Ja, sie können ihn anvisieren und der Kahn und seine Leibgerade werden zurückgeportet zusammen mit Arvida. Und, ja, unterdrücken die Rebellion. Whitescars-Folge, so ihr wisst es, wie gesagt, und was dann abgeht. Und, ja, Arvida begleitet die Whitescars und freundet sich mit Targota Yesugai an. Das ist ja mein Lieblings-Whitescars-Liberian gewesen. Also der Psion ... Skriptor heißen die auf Deutsch, genau. Ja. Und der lud ihn tatsächlich in eine Legion ein und meinte so, du kannst noch ein Whitescar werden. Und interessanter Take, weil ich hab mich gefragt, ob das überhaupt mal wer angenommen hat, außer alle, die zu den Grey Knights basically wurden. Weil du hättest ja dann einen Thousand-Sun, der keinen Whitescars-Gensaat hätte, aber einen Ehren-Whitescar oder so geworden wäre. Und was wär mit seiner Gensaat passiert, wenn er getötet worden wäre? Also, es wär auf jeden Fall interessant, weil mir ist zumindest von keiner Situation bekannt, wo das passiert ist. Also klar, du hattest immer mal wieder hier irgendwelche Legionäre von einer anderen Legion bei ... Also hier, die Shattered Legion, da muss ich immer dran denken, wenn da so ein Ravenguard bei einem Ironhands-Schiff dabei ist. Aber die wurden ja auch nicht aufgenommen, sondern die haben nur zusammen gekämpft. Aber wär auf jeden Fall sehr witzig. Also ich denke mal so was wie ne ... Weiß ich nicht, Whitescar honoris causa. Ne, so ... Na, vor allen Dingen ... Also so ein Ehrenbruder. Na, vor allen Dingen stell dir doch mal ... Voll der Ehrenbruder, Alter. Der Ehrenbruder, Alter. Oh, Mann. Du kannst eine Änderung im Walmart-40K-Universum vornehmen. Eine einzige. Was wäre meine? Nun ja, ich würde einfach dafür sorgen, dass jedes Mal, wenn jemand Bruder sagt, das mit einem türkischen Akzent geschieht. Das würde alles ein bisschen lustiger machen. Okay. Das wäre sehr lustig. Genau. Voll ... Back to the topic. Ah ne, ich würde noch sagen, so zu dieser Sache mit Avida, ich könnte mir halt vorstellen, ich weiß, es ist super schwer, aber geil wäre es doch, wenn diese Gensaat in Ehren gehalten wird und immer jemandem Psyoniker oder so eingepflanzt wird. Also lustig wäre es doch, wenn irgendwann der Kopf der Whitescar-Sturmseher eigentlich ein Thousand Sun ist. Aber das ist vergessen worden. Das wäre lustig. Aber es ist nicht so, weil ... Aber es war nicht so. Sie waren die besten Freunde, bis sie es nicht mehr waren. Richtig. Denn, ja, Avida lehnt das ab und sagt, er wird immer ein Sohn Magnus sein und immer loyal zum Imperator. Was ja auch bei Magnus war. Der war eigentlich immer loyal, aber um ihn geht es nicht. Ähm, er begann aber dann irgendwann unter dem sogenannten Fleischwandel oder auf Englisch Flash Change zu leiden. Das heißt, seine Organe, seine Haut fangen an mit der Rüstung zu verschmelzen. Die konnte er irgendwann nicht mehr ablegen. Und das ging so langsam voran. Also, er konnte die Anfälle noch unterdrücken. Und, ja, dann ist aber den Whitescars mit dabei und die kloppen sich ja im Guerilla-Krieg ganz schön heftig gegen unter anderem Emperor's Children, Sons of Horus. Aber halt natürlich auch immer wieder die Death Guard. Schönes Pairing halt. Schnelle Legion. Langsam und unaufhaltsam war die andere. Da gab es aufs Maul. Und, ja, irgendwann gerieten die halt in einen wirklich krassen Hinterhalt von den Island Warriors. Und danach sagte der Khan, also nicht wie ich, der jetzt husten wird. Sondern er sagte, scheiße, wir stecken hier in der Klemme und langsam müssen wir wirklich jetzt mal nach Terra. Weil das war ja Rogadons Befehl. Ähm, es war aber ja nicht so wirklich möglich. Also, klar, sie haben erst mal versucht, ein Sternentor einzunehmen. Das war aber eine Falle der Emperor's Children. Und dort hat sich tatsächlich Queen Saar in Jagatai Khans Rüstung eingekleidet. Und dann, ähm, bei dieser Finte sein Leben verloren. Ähm, ja, lief jetzt nicht so super. Warum brauchten sie überhaupt diesen, dieses Sternentor? Sie waren im sogenannten Ruinstorm gefangen. Das war dieser Sturm, den die Roadbearer heraufbeschworen haben und die Verräterkräfte im Allgemeinen, um Terra einzukreisen. Und um Arwider stand es auch nicht mehr so gut, denn der Fleischwandel wurde immer schlimmer. Und teilweise muss das schon in den Stasis sagen. Aber, Queen Saar ist halt so gesehen noch raus teleportiert worden und in seinen Armen halt den Verletzungen erlegen. Also der Mann, der ihm praktisch, dem Ärmer das Leben gerettet hat, der starb jetzt hier in seinen Armen. Aber er hat gesagt, ähm, alles in seiner Macht stehende soll er tun, um diesen Fleischwandel aufzuhalten. Und Arwider hat geschworene Lösungen zu finden. Mal davon abgesehen, dass selbst der krasseste Space Marine ja eigentlich nicht in so eine Primarchenrüstung passen dürfte. Aber wir wissen nicht, wie groß Jagatai Khan war und ob die da nicht vielleicht noch ... Also ist so ein leichter Lohrbruch, aber okay. Lassen wir's mal so stehen. Wir mögen ja die Whitescars, ne? Und, ja, diese Schlacht und dieses Raumtor, das sogenannte Kaliumtor, war sowieso nur eine Ablenkung. Denn die wollten einen bestimmten Navigator bekommen, nämlich Novator Peter Alioks. Und, ja, der Novator war richtig wichtig, denn richtig und richtig und wichtig, der führte die Whitescars zum Katalus Warp Rift oder Riss könnte man ihn nennen. Oder da war ein riesiges Bauwerk im All, also eine Raumstation und die hieß Dark Glass oder dunkles Glas. Und das Ding haben die nicht gebaut, das haben sie gefunden während des Kreuzzugs. Und das ist tatsächlich aus dem Blumenzeit der Technologie. Und, ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Prototyp vom goldenen Thron war, aber vielleicht ist es das Ding, was der Imperator überhaupt auf die Idee brachte. So, oder beziehungsweise, er hatte diesen Plan mit dem Webray, fand Dark Glass und hat sich gedacht, ah, so. Ja, übrigens haben auch die Rogue Trader wiedergefunden, auf deren Folgen ich immer noch gerne verweise, weil, ich weiß, man steht auf Space Marines, aber Rogue Trader, Leute, gebt's euch. Es ist wirklich ein saugeiles Thema. Ja, ähm, was kann dieses Ding? Das Ding kann den Webray aufmachen, drauf zugreifen und, ja, das ist schon mal eine ganze Menge. Das heißt, es ist so eine Art Elder-Tor ohne Elder. Ne, Nachteil, im Gegensatz zu den Elder-Toren braucht das Ding eine Batterie und diese Batterie bist in dem Fall du, wenn du Psyoniker bist. Und das macht's schwierig, das ist nämlich so heftig, es gab da auf dieser Station einen Kampf und sie folgen die ganze Zeit praktisch so einen, ähm, Aufzeichnungen von einem, dem leitenden Forscher. Und der hat am Ende versucht, das Tor zu öffnen und, naja, sie finden halt am Ende seine Überreste auf diesem Teil. Währenddessen springt halt die Death Guard ins System und die stecken halt ganz schön in der Klemme, aber sie haben ja dieses, diesen Dark Glass am Arsch. Denn ein Agent der Navis Nobilité, äh, Nobili, Nobili, die Navigatoren, Nobilité, Nobilité, Dankeschön, namens, bitteschön, Schleier, um die wird's ja auch bald gehen hier. Ja, der war ja bei den White Scars und der war nur da, um dieses Ding zu zerstören. Was eigentlich total irre klingt. Naja, weil sie dachten halt, wenn sich das Ding irgendwie verbreitet, also die Technologie vom Dark Glass, dann, ähm, ja, sind die Navigatoren überflüssig. Ja, richtig. Aber dazu mehr in der nächsten Folge, würde ich mal sagen, also Generation Navigatoren. Ja, letztendlich, Tago Taiyesugai schafft es auf diesen Thron rauf und, ähm, die Station fängt an zu kollabieren, weil dieser Agent tatsächlich, bevor er getötet wird, seine Vortex-Ladungen, die überall in der fucking Station verteilt wurden, äh, auslösen kann. Aber Tago Taiyesugai, der Beste der White-Scar-Sturmseher und der Vertraute von Jagatai Khan und vor allen Dingen der, der mit ihm seit den Tagen in der Steppe unterwegs war, beendet sein Leben, opfert sich und öffnet ein Portal in den Rap-Ray. Und bevor er stirbt, übermittelt er in seiner astralen Form, also sowas wie der Body of Light, seinem besten Freund Arvida, eine letzte Botschaft. Und er bittet ihn, seine umfassenden psionischen Fähigkeiten einzusetzen, um die Flotte nach Terra zu führen, weil der Rap-Ray ist halt unfassbar fucking groß, auch wenn er weiß, dass das Arvida wahrscheinlich töten wird. Wegen dem Fleischwandel. Wie gesagt, Stasis-Sack und Co. Ja, und Arvida powert sich voll und fliegt wirklich, das ist keine Metapher, in seinem Body of Light der Flotte voraus. Also wir haben da einen riesigen Space Marine, der da leuchtet und die Flotte fliegt ihm halt hinterher. Und ja, während sie Rap-Ray sind und Arvida da das macht, werden sie noch angegriffen von dem Hütter der Geheimnisse. Und natürlich. Boah, jetzt höre ich es aber auch mit dem Husten hier. Mensch Max, was soll denn das? Naja. Das ist Nurgles Blessing, was ich dir über Discord schicke. Vielleicht ist da auch ein bisschen die trockene Luft hier drin, Heizungsluft, auch nicht so gesund, ne? Oh ja, das ist nicht gut. Ja, das Deutscheste überhaupt, Leute, lüftet mal. Naja, der Kahn schafft es, diesen Dämon zu zerlegen, kurz bevor der Arvida zerlegen kann, beziehungsweise sein Körper. Und die Whitescars schafft es nach Terra und Arvida liegt jetzt endgültig dem Fleischwandel. Er ist noch er selbst, aber er wird bewusstlos und fängt an zu mutieren. Und ein Charakter, der zumindest in der Siege of Terra kein Unbekannter ist, nämlich Kali Tassan, der Hauptmann des geheimen Vierten Ordens der Imperialen Armee. Und ein Agent von Maikador, dem sie geliehen, taucht an Bord des Kriegsschiffes auf. Und ja, sagt, er weiß, was abgeht und er ist von Maikador geschickt und sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um Arvidas Zustand zu behandeln. Denn Maikador hat ihn bereits erwartet. Ja. Und Arvida hält noch gerade so durch, wird in dem Stasis-Sarkophag gelegt und tief unter den Palast gebracht. Und da wird er, man könnte sagen, behandelt. Denn Magnus hat eine Idee. Magnus! Äh. Das ist jetzt wirklich mal eine gute Frage, ob das jetzt so wirklich, vielleicht war es sogar Magnus-Ig. Denn unter diesem Palast ist ein Splitter von Magnus. Und es ist nicht irgendein Splitter. Der eine Splitter, der auf dem Planeten der Zauberer landete, nannte sich der Kaminrote König. Und dieser Splitter hier, nun, das war neben dem Kaminroten König vermutlich der mächtigste. Man könnte vielleicht sagen, der Kaminrote König, der war gleich stark. Es gab ja noch andere Splitter von Magnus, wenn ihr nicht wisst, worum es hier geht, empfehle ich euch die Magnus-Folgen. Also schaut euch die Magnus-Folgen an, schaut euch die Whitescores-Folgen an und dann kommt hier zurück, das ist nämlich die perfekte Conclusion daraus. Wirklich, meine ich ernst. Und es ist jetzt so, dass dieser Splitter unter dem Palast ist und dort gebunden ist. Also, naja. Und das ist der loyale, edelmütige, gute Splitter. Das ist der beste Teil von Magnus. Also, auch wenn wir in den Magnus-Folgen gesagt haben, dass Magnus das Gute noch in sich hat, ist es richtig. Aber das ist, sag ich mal, das Embodiment von all seinen guten Taten bis zu diesem Punkt. Heißt ja nicht, dass man das nicht wieder aufbauen könnte. Aber naja. Äh, der ist aber halt ein psionischer Splitter und der braucht halt einen Körper. Und Migador hat jetzt die Idee, ich steck diese rohe psionische Energie eines Warp-Gottes in einen Thousand Sun. Und erschaffe mir einen Mini-Magnus. Und den setze ich auf den Thron als eine Batterie. Und dann schreddert der Imperator alle Verräter im gesamten Universum. So weit, so gut. Scheint ja nicht funktioniert so. Naja, ähm, Arvidar ist erstmal im letzten Stadium des Fleischwandels. Und dem Siegeliten ist halt klar, er kriegt nicht diesen Magnus raus, den er halt haben will. Ähm, sondern eine Unterform, vielleicht ein Debi-Primarch oder so. Oder einen halben Magnus oder irgendwas in der Hinsicht, ne. Letztendlich war es ja auch nur eine Idee, weil es, ähm, noch nie probiert wurde. Überhaupt. Mhm. Und man sieht auch da so ein bisschen daran, dass der Plan des Imperators auf jeden Fall nicht das mit Magnus war. Weil sie versuchen ständig wieder einen 180 mit ihm zu machen und ihn zurückzuziehen. Oder einen Teil von ihm. Und Jagatai Khan ist aber da jetzt nicht so ein Fan von, weil Migador sagte, wir behandeln ihn und nicht mit, wir verschmelzen ihn mit der Seele eines Primarchen. Mhm. Und eilt halt in diese Kammer rein und sagt, sie sollen aufhören, aber es ist zu spät. Denn die Sterbe von Magnus ist zu mächtig, um sie zu bändigen und, ja, fängt an, Arvidas Körper zu verzehren. Und da ist er in so einer uralten architechnischen, ähm, Maschine gefangen. Es wird richtig übel. Und Migador beabsichtigt dann, okay, klappt nicht. Dann Euthanasie für diesen Typen. Und, ja, der Khan aber sagt, ist nicht, weil er hat ja Arvidas seine Legion formell zumindest halt aufgenommen. Er steht unter seinem Schutz. Und wenn er scheitert, dann nur, weil er es nicht schafft und nicht, weil Magador sein Leben beendet. Und dann macht er das, was er am besten kann. Er haut drauf. Nämlich, er zerschlägt die Arcan-Maschinerie in der Kammer. Ja, und Magnus, Arvidas, was auch immer da drin ist, wird halt befreit von den psionischen Dämpfern und Schutzschilden. Und es gibt einen riesen Knall, bam. Und der Körper wird komplett verzerrt, riesiges Licht. Ja, und nimmt die Form eines Astates an. Jedoch ohne Anzeichen des Fleischwandels. Ein Auge des Wesens ist geschwollen und von Narbengewebe, als hätte er es gerade verloren. Ganz ähnlich wie das Auge eines bestimmten Primarchen. Mhm. Und Magador nennt das Ding a Shadow Primarch, also ein Schatten Primarch. Und er ist mehr, als Reveal Avidar jemals geworden wäre, aber weniger als Magnus selbst. Und das Erste, was er sagt, ist, sich entschuldigen. Und er möchte gern dafür, dass er nicht Magnus geworden ist. Und sie werden beide in naher Zukunft sterben. Und er nennt sich Ianius. Aber dieser wird später als Ianius transkribiert. Mhm. Ähm, einer der acht, und er wird halt einer der acht Space Marines, die von Maikor und dem Siegeliten ausgewählt werden, um dem Imperator vorgeführt zu werden. Und zu sagen, das ist die Grundlage der Grey Knights. Darunter sind unter anderem Empress Children, ähm, Night Lords, nämlich ihre früheren Apothekarien, ehemaliger Dark Angels mit am Start. Ja, und unter anderem Janus. Ja, Jahre später, ihr kennt die Geschichte, der Titan wird letztendlich dieser Mond von Maikorador besucht. Da werden Rekruten drauf gesteckt und so, und dann geht das Ding in den Warp. Aber nicht, bevor Maikorador Janus zum ersten Meister der Grey Knights ernennt. Denn Janus ist verdammt loyal. Also, der ist so auf dem Level von Konstantin Waldor loyal, würde ich mal sagen. Oha. Also. Okay, das ist schon heftig loyal. Der ist halt dieser Teil, der nicht zu brechen ist. Das ist, also jeder Primarch hat ja so einen Teil theoretisch. Aber, ich meine, Magnus war halt immer loyal. Bei allem, was er gedacht hat, er war immer loyal. Selbst am Ende ist ja noch ein Teil davon in ihm zurückgeblieben. Ja. Und das war das, diese Verschmelzung von allem davon. Ja. Er wird zum Anführer der Grey Knights. Und, ja, Maikorador kann nicht bleiben. Denn die Entwicklungen überschlagen sich. Also, mächtiger Band, Titan, rein in den Warp oder Titan. Und Schlacht um Terra passiert. Und, ja, Höhepunkt der Horus Heresy. Geht da gerade aus. Ich hau jetzt mal keinen Spoiler raus. Weil wir haben noch einen Spoiler-Blog bis 4.12. auf unserem Discord. Und ich werde hier auch nicht über die Stiltschaft daran reden, bis das Ding halt erschienen ist. Also offiziell auf Deutsch. Ja. Und was passiert da mit Janus? Also, es gibt ziemlich viele Legenden über den. Und er hat anscheinend, also weil das Ding ist, es gibt eine kleine Missinterpretation der Lore. Es ist jetzt nicht so, dass tausend Jahre später beim War of the Beast die Grey Knights aus dem Warp kommen. Nee. Es ist so, dass dort der Kontakt zum Imperium wiederhergestellt wird. Die Grey Knights haben, seit sie dann fertig waren, natürlich immer Chaos bekämpft. Hier und da. Ja, denn es gibt, wie gesagt, einen Haufen Legenden über ihn. Er hat Chaos Champions umgehauen, Kriege gewonnen, Dämonen verbannt. Und niemand weiß jetzt endlich, was davon alles wahr ist oder halt verdreht wurde oder so. Aber, ja, kommt, die haben nicht nur tausend Jahre auf ihrem Stein gesessen. Passt nicht. Ja, über tausend Jahre später, nämlich im Jahre 546 M32, ist ja das War of the Beast. Und der Großmeister des Assassinurums, Drakan Vangorich, ja, säubert sich so ein bisschen durch die Reihen des Imperialen Senats. Und er nennt sich dann nochmal selbst zum Lord Protector des Imperiums. Und die letzte... Was man halt eben mal so macht am Mittwoch, ne? Ja, Mitte der Woche, Bergfest, irgendwas muss er halt machen. Ja, richtig. Die letzte... Muss ja gefeiert werden. Ja, safe. Und er zelebriert das nämlich damit, indem er alle umbringt, außer eine. Nämlich die Vertreterin der Inquisition, Margret Wienand. Und die wurde von Vangorich verschont. Fehler. Genau. Und es ist jetzt so, dass sie wusste, dass es die Grey Knights gibt. Denn die Inquisitionen sind ja die Erben Malkadors, der Agenten von ihm halt. Und die wollte halt mit dem Kontakt aufnehmen. Aber sie wusste halt nicht so ganz, wie sie da hinkommt. Und sie bekriegt das von Lastan Nemaguin Veritus. Denn der wurde langsam vergistet. Und der hatte den Schlüssel zur Zitadelle von Titan. Alle Angaben hier ein bisschen ohne Gewähr. Das ist ein bisschen verwirrend. Und ein super, super Fear of the Beast machen wir irgendwann mal. Auch wenn ich immer noch... Also, ich bin nicht mehr so der Meinung, dass das so ganz Kanon ist. Weil ich zum Beispiel heute erst erfahren habe, dass der Typ, der die Szene mit den Custodes geschrieben hat, gedacht hat, dass die Custodes einfach bessere, imperiale Gardesoldaten sind. Bitte was? Ja, das hat er auf Twitter zugegeben. Loll. Nieder mit War of the Beast. Naja. Ja, okay. So, und sie soll dann halt Kontakt aufnehmen zu den Grey Knights. Und sie schafft das auch. Und die kennt sich ja gut aus mit Marines. Hat einen Haufen schon gesehen. Und ja, sie trifft halt dann auf Titan, auf Janus. Und man kann halt einfach sagen, Janus, es verfickt nochmal alles, was Magnus je war. Also, sie ist so weggeblasen von seiner Gestalt und Präsenz, dass sie einfach überwältigt wird. Das ist nicht einfach nur ein einfacher Astartes. Es wird wirklich gesagt, wortverwirrt, er war die Verkörperung von allem, was der kaminrote König je hätte sein sollen. Jo. Das ist eine krasse Aussage. Und wir wissen tatsächlich nicht, was dann mit ihm passiert. Also, War of the Beast ist halt klar, sie retten ja das Imperium und Co. Und er taucht da tatsächlich nicht nochmal relevant auf. Ähm, aber ihr müsst dazu auch nochmal sagen, diese ganz, bis auf diesen Part hier, dass er da nochmal auftritt, ist diese ganze War of the Beast-Reihe super beschissen geschrieben. Weil man halt einen Haufen Plotholz hat, mal abgesehen das mit den Custodes. Was damals nicht klar war, weil das weit von Destiny of Terra spielte. Dann schmeißen sie da irgendwie Janus rein, der dann nicht viel macht. Äh, Terra wird fast von Orcs überrannt. Was ist mit Belisarius Call? Terra wird fast von Orcs überrannt. Warum intervenieren die Grey Knights nicht volles Brett? Ähm, well, diese ganze Reihe ist nicht gut geschrieben. Das ist eine der beschissensten 40k-Reihen, die es wirklich gibt. Sorry. Die Idee ... Das ist eine recht alte, aber halt auch sehr beschissene. Ja, was heißt recht alt? Ich kann mich noch erinnern, dass es die in den Laden stand. Also, man müsste mal gucken, aber ... Boah, die ist halt einfach im Hinblick auf die Hobo-Series nicht gut. Vor allen Dingen auch, weil es der ganze Schreibprozess ... Aber darüber wollen wir jetzt nicht rumranten. Ja, wollte grad sagen. Genau. Also, Janus schließt sich mit ihr zusammen und dann mehr wissen wir zu ihm tatsächlich nicht. Bloß, es gibt halt diese ... Das ist nämlich der Punkt. Überall im Internet steht irgendwie, der Typ sei tot sein. Aber tatsächlich gibt es keine verbriefte Lore-Quelle, die das sagt. Also, dass er wirklich tot ist. Gibt es nicht. Man weiß nur nicht, irgendwann war er halt nicht mehr da. Genau. Und da ist natürlich der naheliegende Schluss tot. Aber, bevor wir jetzt zu der Theorie teilkommen, ... ... hab ich noch ein paar Funfacts mitgemacht, nämlich zu seinem Namen. Nämlich, Arvida ist ein nordischer Name, ... ... beziehungsweise ist die feminis- ... ... die weibliche Form von Arvid. Und das stammt vom altnordischen Arvior, oder wie man es ausspricht, ab. Und das ist urgermanisch. Oder beziehungsweise hat urgermanische Wurzeln. Und bezieht sich auf das Element Arno oder Aro, was man als Adler übersetzen könnte, ... ... plus Vido, Wald, Holz, Baum. Das heißt, das könnte man sagen, letztendlich heißt Arvida, Wald der Adler. Ne? Also, ja, abgefahren. Janus, oder Ianius, stammt vom lateinischen Janus ab. Und bedeutet göttliches Tor. Oder Tor zum Himmel. Was ja bei dieser Geschichte mit Webbray und Co. und Titan echt gut passt. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, dann, ähm, lustig. Janus ist auch eine Gattung von Nachtfeiltern, die dazu neigen sich aus einer Puppe. Also, ne, die verpuppen sich und werden zu einem Falter. Man könnte halt sagen, das ist ein bisschen eine Anspielung auf Arvida, der sich irgendwann im Fleischwandel verwandelt hat und dann zu Janus wurde. Und, Fun Fact, Janus ist der Gott der Anfänge, der Tore, Übergänge, Zeit, Dualität, Türöffnung, Passage und Ende. Und wird nochmal ... Der Zweigesichtige. Genau, in der römischen Religion und Mythologie. Und er wird normalerweise mit zwei Gesichtern dargestellt, da er in der Zukunft und die Vergangenheit blicken kann. Also, besser kann man diesen Typen nicht benennen. Sorry. Ja, Janus. Aber wer kann denn noch in die Zukunft und die Vergangenheit blicken? Naja, ne ganze Menge. Nämlich erstmal sein Vorfahr, könnte man sagen. Äh, also Magnus ein bisschen. Und, ja, ach, naja. Ich frage anders, wer kann denn noch in die Zukunft und die Vergangenheit, aber nicht in die Gegenwart gucken? Also, ich wollte jetzt auf den Imperator hinaus, aber jetzt bläst du mich grad voll weg. Ich kenne noch ... Echt? Also, ich würde jetzt noch an Eldrad Utwe denken, ich würde ... Denk mal an so ein zweiköpfiges Vogelfieh. Fick das Gesicht, ja, stimmt. Ha! Oder? Vielleicht ist es mir auch gerade so aufgefallen. Ja, man könnte jetzt auch mal anmerken, dass der imperiale Adner zwei Köpfe hat. Ja, könnte man auch anmerken. Eine mit einem geschlossenen Auge und eine mit einem offenen Auge. Ich kenne auch, denn auf dem rechten Auge sind wir blind, wie die deutsche Politik. Naja. Ähm, der Punkt ist ... Sorry, der muss immer sein. Ja, also, hey, alles gut. Ähm, so. Janus, was passiert mit dem Typen? Und tatsächlich habe ich mir da halt ein paar Gedanken drüber gemacht. Ich habe darüber halt ... Ich habe dieses Bild, was ihr jetzt teilweise auch ... Also, ihn halt auf dem Thumbnail hier seht, ähm, habe ich halt gesehen und da kamen mir halt ein paar Gedanken. Und die erste Theorie ist nicht meine. Die ist von Majorkill. Der hat die mal reingebracht und ich fand die gar nicht so schlecht. Weil eigentlich wäre Janus ein super Charakter, um ihn wieder zurückzubringen und mit ihm eine ganze Menge zu machen. Weil, wie wir mal schon gesagt haben, wir haben jetzt Voldrius und wir haben, ähm, Castellan Crone, über den wir ja auch schon eine Folge gemacht haben. Sowohl auf YouTube als auch auf Steady. Also, Sonderfolgen. Schaut es euch gerne mal rein. Ähm, könnt ihr jetzt hier auf YouTube übrigens auch genießen. Also, für einen Euro-Monat. Attacke. Ähm, der Punkt ist daran, es gibt halt ein Problem. Und dieses Problem heißt Kaldor Dreigo. Dieser Typ stammt aus der Matt Ward Ära. Das ist eine Ära, die ein bisschen beschissen ist bei GW, weil ihr wisst doch, warum ihr alle die Ultramarines hasst. Ne, wisst ihr nämlich nicht. Ihr hasst die Ultramarines, weil alle sagen, die Ultramarines sind kacke. Aber warum sind die Ultramarines kacke? Ganz einfach, sind sie nicht. Die Ultramarines sind geniale Space Marines, haben geniale Charaktere und haben, sorry, aber einfach einen der besten Primarchen. Und ich meine nicht sympathisch, das ist ein genialer Typ. Also, ich liebe Lionel Johnson, aber Gilliman ist auf einer Scale einfach für die Gesamtgalaxis besser. Sorry. Ähm, der Punkt ist es aber daran, dieser Typ, Matt Ward, hat die Ultramarines zerschrieben und der hat sie nicht, wie heute, zu interessanten, tiefgängigen Charakteren gemacht, sondern zu absoluten Überficker, die alles gewinnen und wir sind die Besten, der Besten, der Besten, der Besten mit Auszeichnung, Sir. Ne, und das ist gerade im Hinblick auf die Lore einfach Müll. Also, sie sind gut, sie sind auch ein Ideal, aber sie sind halt, sie sind wie ein fucking Schweizer Taschenmesser. Sie sind die Space Marines, klar. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht Space Marines gibt, die zum Beispiel im Schießen, im Nahkampf oder in anderen Sachen besser sind als sie. Jedenfalls hat er die zerschrieben und er hat Kaldo Dreigo zerschrieben. Oder überhaupt ins Leben gerufen. Denn Kaldo Dreigo ist ein Meister der Great Knights, ist aktuell sogar ihr Anführer eigentlich, denn er hat bloß ein kleines Problem. Er ist super, super heftig, super, super krass und er hat sich in den Warp saugen lassen und ist da eingesperrt und kommt immer mal raus, wenn man ihn braucht. Und, ja, ich müsste jetzt eine ... Wie so ein Pokémon. Ja, ein Pokémon, was sich einfach mal einen fucking Dämonenprimarch, nämlich Mortarion, geschnappt hat, dem aufs Maul gehauen hat und in der Ursprungslore ihn wirklich besiegt hat und dann ihm seinen Namen ins Herz geritzt hat. Nee, 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 nicht seinen Namen. Das dachte ich nämlich auch. Den Namen seines Vorgängers, den Mortarion umgebracht hat. Stimmt, richtig. Aber tatsächlich wurde das in der Hinsicht geradconnt, dass er halt irgendwie den wahren Namen hatte und ihn deswegen unter Kontrolle halten konnte. Also sie versuchen, ihn Stück für Stück besser zu schreiben. Ja, aber trotzdem ist der Typ ein laufendes Pokémon. Wo hat er den wahren Namen von Mortarion her? Keiner weiß es. Warum überlebt der Typ im Warp, ohne überhaupt korrupiert zu werden? Das ist der Doomslayer, okay? Ja, er ist wirklich ... Das ist einfach der Doomslayer, Punkt. Er ist der fucking Doomslayer von 4DK. Gegen den Typ kann man das nicht machen. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, in dieser Hinsicht akzeptiere ich alles, was an OP-Aktionen von Calder und Rego ausgeht. Es ist für mich einfach der fucking Doomslayer, wenn der irgendwann mit einer doppelläufigen, abgesägten Schrotflinte aus dem Warp kommt und damit anfängt, Dämonen über einen Haufen zu schießen. Ich akzeptiere das, okay? Ohne zu murren. Das wird einfach akzeptiert, Punkt. Und ich schmeiße jetzt hier mal eine Erklärung rein, warum das sogar gehen könnte. Also nicht der Part mit der Schrotflinte. Oh ja, bitte. Nämlich, die Idee ist praktisch so ein bisschen hinter der Idee von Major Kill, den er halt mal in so einem Satz gebracht hat, dass der Splitter von Magnus, wenn Janus tot ist, nicht mit Janus starb, sondern sich immer an den würdigsten Grey Knight ranheftet, der dann der nächste Meister wird. Ja, okay, das habe ich auch schon mal gehört. Führen wir das mal ein bisschen aus. Ich bin tatsächlich der Meinung, dass das der Splitter in dem Fall nicht bei jedem macht. Weil ich glaube, das hängt mit Potenzial und Co. zusammen. Ich könnte mir halt vorstellen, weil A, der Splitter ... Ich könnte mir vorstellen, dass der Splitter irgendwie an Titan gebunden ist, weil sonst würde er halt von den Chaosgästen verschlungen werden. Oder der Imperator müsste bewusst diesen Splitter sich immer wieder snacken und ihn wieder neu verteilen. Weißt du, wie ich meine? Ja, verstehe schon. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Fall Caldo und Raigo einfach das Potenzial hatte, dass er das halt kann und loslegt und deswegen halt so mächtig ist, weil dieser Splitter halt das gesamte Wissen von Magnus dem Roten hat, außerdem halt extrem krass stark ist. Also er ist ja nicht Janus, er ist halt auch irgendwie ein bisschen Arrivida gewesen und so. Und ich könnte mir vorstellen, wenn diese Theorie zutrifft, hat er auch das Wissen von allen Grey Knight-Vorgängern, die würdig genug waren. Oder vielleicht sogar von allen Grey Knight-Hochmeistern. Und der Punkt an dieser Geschichte ist, das würde zum Beispiel auch erklären, woher er diesen Namen hat. Weil vielleicht hat das mal ein Grey Knight rausgefunden. Vielleicht sogar sein Vorgänger, aber es hat ihm nichts mehr genutzt. Und so hatte Caldo und Raigo in dem Fall alle Bruchstücke, die er braucht. Er war super mächtig, war aufgepowert. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, wo fand dieser Kampf denn statt? Der war im Warp. Und der Punkt ist jetzt daran, der Imperator ist super krass. Das ist klar. Und er ist bei der Siege of Terror auch super krass. Aber sorry. Viele Sachen ergeben eigentlich keinen Sinn, wenn der Imperator immer auf 10 gedreht wäre. Weil sonst wäre er auf Terra nicht draufgegangen. Oder hätte hier und da fast sein Leben verloren. Der Punkt ist einfach, der Imperator ist ein mächtiger Zioniker. Und das gleiche gilt für Magnus und Co. Aber wenn die Quelle nicht da ist, bringt dir der größte Schlauch halt nichts. Und dann bist du runterreduziert auf das, was du halt bist. Magnus, der umgeben von Parias ist, oder halt in einem Ort, wo es keinen Warp gibt, der wird auch von dem Gülliman zusammengetreten. Wie es ja in der Lore auch passiert ist, bei so weit. Naja. Der Punkt an dieser Geschichte ist, dieser Kampf ist im Warp. Kaldor Dreigur steht da, ist mit diesem Splitter verbunden, unglaublich mächtig. Und er kann hier nicht nur einfach aus der Quelle schöpfen, er kann hier verdammt nochmal aus dem ganzen Ozean schöpfen. Und in dem Fall muss man einfach sagen, hart gesagt, dass Magnus immer ein besseres Verständnis für das Immaterium hat und das nie abgelehnt hat. Und ich glaube, das tun die Grey Knights in dem Sinne auch nicht, nämlich Psyonik. Das ist ja gerade ihr Ding. Mortarion hingegen, der mag Hexerei immer noch nicht. Und so könnte man erklären, warum Kaldor Dreigur dazu überhaupt in der Lage war. Plus haltet es im Kopf, wenn, wäre er trotzdem nur so eine Art Demi-Primarch. Jetzt, also Shadow Primarch sagt der Dings. Ja, okay. Okay, das ist halt eine Theorie mit Janus. Wäre okay, aber ich sehe da halt ein Problem. Nämlich, A, das Modell ist uralt. Man hätte halt der Logik nach, also man hätte ja auch Voldrius nicht einführen brauchen. Man hätte da auch perfekten Kaldor Dreigur nehmen können. Ich kenne mich im Warp auf, ich brauche nicht mal einen Grund, warum ich wieder da bin. Ich werde rausgeretzt aus dem Warp, also im Gathering Storm. Uwain macht irgendeinen und dann darf er wieder da sein. Und muss auch nicht mal super krass sein, Charakter gefixt. Und führt dann halt Goodyman mit nach Terra. Toll. Haben sie aber nicht gemacht. Nein, sie haben jemanden wie Voldrius eingeführt. Warum? Keine Ahnung. Was wäre denn, wenn das tatsächlich, vielleicht nicht so mit 100% Sinn geschah, aber es eröffnet eine weitere Möglichkeit. Nämlich, Janus Splitter ist noch am Leben. Aber vielleicht im Titan als so eine super Waffe der Grey Knights eingepackt, denn die Sache ist ja die, wissen die Grey Knights überhaupt, was sie da eigentlich angeführt hat, was sie da gegründet hat. Nämlich basically Magnus der Rote, gegen den sie ja schon ein paar Mal zufällig gezogen sind. Gute Frage. Ich glaube es tatsächlich, also, ich glaube nicht mal, dass die Gründer das wussten. Also diese acht Space Marines da. Das glaube ich nicht. Ich denke auch nicht. Nee, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also das ist einfach, also ja, sie waren ja Verräter und so, aber das, das auch spätere Grey Knights, das werden die nicht gewusst haben. Und meine Idee wäre ursprünglich gewesen, dass er das Terminus Degree ist. Ich glaube, das haben wir auch schon mal erwähnt. Also das, ja, ja. Aber das debunkt ja so ein bisschen die Siege of Terror, denn, Spoiler hier nochmal, Terminus Degree ist wohl eine Waffe, die sämtliche Übermenschen im Imperium und im Warp killen soll, wie auch immer das funktionieren soll. Also eine Waffe gegen Space Marines und Primarchen. Frage ist, ob es dann noch die Kostolus und den Imperator killt. Na, wer weiß. Ja. Und deswegen kann es das ja nicht sein. Und deswegen ist meine Theorie tatsächlich, Janus lebt noch und Janus bietet uns einen super Ausweg aus dieser Kal-Dur-Dreigo-Sache. Denn, ähm, es gibt Charaktere, die hätte Gewege töten sollen, wo sie sie hätten, also wo sie versucht haben, sie wieder ins Setting zu bringen. Und das ist zum Beispiel Manios Kalgar. Sorry, Alpha Marines Fans, aber Manios Kalgar ist sinnlos. Also dieser Typ, was willst du mit dem machen? Das ist Gulliman in klein mit zwei Fäusten und das geht es ihm ja auch selber. Du kannst mit seinem Arc nirgendwo mehr hin, weil Manios Kalgar scheint neben Gulliman einfach nicht mehr. Weil er an sich, der war Gulliman bis auf seine primarische Nummer, auch in der Lore, war der so geschrieben. Kal-Dur-Dreigo hingegen, sein Modell ist uralt, er hat kein primares Upgrade. Es wäre eine Möglichkeit, diese Theorie immer noch zu verbinden und einen potenziell besseren, Janus nochmal zu erzeugen, einen neueren Großmeister. Aber wenn wir mal zurückgehen und sagen, guck mal, Janus war alles, was der Imperator oder was jemals für Magnus wollte oder was er halt je sein wollte. Also es ist ja auch klar, dass so ein neues Wesen eine Weile braucht, um mit seinen Kräften halt mal wieder klar zu kommen, ob der Typ jetzt noch auf einer Mission ist, verschwunden ist und Co. Wer weiß, ob der Typ im Titan sitzt und so in Wahrheit der super krasse Großmeister ist, wer weiß. Aber was es aufmacht, ist nämlich, dass Janus ist ja, also Janus war der komplette Bewegung von Magnus dem Roten. Und Magnus ist in der 40k Lore aktuell blöd geschrieben, weil der hat ja keine, keinen Grund zu handeln, weißt du? Ja. Also er sitzt auf dem Planeten der Zauberer und wartet darauf, dass Rust zurückkommt. Das ist total lame. Hinzu kommt, dass die Grey Knights halt gerade ein bisschen aus dem Fokus sind und so, aber ich sage hier folgendes. Ich könnte mir vorstellen, dass Janus noch lebt. Sie haben versucht, ihn nochmal ins Setting einzubringen mit War of the Beast, die Reihe kam beschissen an. Und ich sage, Janus wird nochmal zurückkehren, weil das ist ein super mächtiger Charakter, der auch mit dem Thema Webray sich gut auskönnt, weil nochmal zu seinem Namen, weißt du? Gott der Anfänge, also in der römischen Mythologie, klar, das ist erst der Anfang der Grey Knights, aber auch Tore, Übergänge, Zeit, Dualität, Türöffnung, Passage, dieser ganze Punkt, also klar, man kann in Namen viel reininterpretieren, aber diese ganzen Aspekte passen alle zum Webray und die Story von 40k geht in einem Punkt ganz eindeutig rein in dem Webray. Das ist klar. Und da war auf jeden Fall auch wieder schon mal drin, und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, dass Janus mit den Grey Knights irgendwann ein Comeback ins Setting macht, nicht gleich, nicht sofort, aber er wird wieder auftauchen, denke ich, und er wird was mit Magnus dem Roten zu tun haben, weil Magnus der Rote braucht eine Motivation, denn er ist beschissen, er ist nicht nur beschissen geschrieben, er ist auch beschissen schwach. Also sorry, Gilliman ist nicht der beste Kämpfer, aber Gilliman mit Sisters of Silence hat Magnus verwamst und sorry, der Typ hat null Chance gegen den Russ. Der macht den alle. Also bin ich der Meinung. Oder was? Ja, also den Russ, der zurückkommt, genau, und also ja, ja, doch, ja. Plus kommt hinzu, was hat der Imperator in Fury of Magnus zu Magnus gesagt? Er hat ihm gesagt, eine neue Legion wird bereits gebaut und also sorry, die Grey Knights sind klar, sie sind ein bisschen Richtung Dämonentötung auf 10 gedreht, aber letztendlich sind sie das theoretisch zumindest was, also die, sag ich mal, die kampfstärkste Version der Thousand Sons. Sie verbinden Kriegsführung mit Psionik und wurden von dem von dem besten Potenzialteil von Magnus angeführt, der sich auch meiner Meinung nach nicht so leicht töten lässt, weil die Sache ist ja die, selbst wenn Janus getötet worden wäre und er ist ein Demiprimarch, dann wäre mit dieser Seele ja was passiert, die wäre entweder zurück in den Warp eingegangen, wäre beim Imperator geschickt oder Magnus hätte das gerafft, weißt du? Also, Magnus müsste ja irgendwann 180 auf diesen Janus losgehen, was ja vielleicht auch ein Grund ist, warum der sich irgendwo noch zurückhält, weißt du? weil er halt da, weil er irgendwas beschützt, irgendwas fürchtet, aber also diese Splitter konnten sich ja auch töten oder so, aber ich glaube das bei dieser Sache einfach nicht, weil Janus ist was unglaublich mächtiges und einzigartiges, ist eine Verschmelzung von Space Marine und Primarch, das gibt's gar nicht und wir haben noch diese eine Sache, das halt Call zum Beispiel versucht mit Alpha Primus so eine Art eigenen Primarch zu erschaffen. Das wäre ja auch noch da. Ja, er hat's versucht, aber, oder er versucht's, aber. Ja, klappt nicht so gut. Aber was, aber was ist denn, wenn du was hast, was so einen perfekten Übergang darstellt, nämlich sowas wie Janus? Wäre auch ein interessanter Punkt, was, wenn der den eingeknastet hätte. Oder Trazen. Und es gibt noch eine andere Story und also, das ist jetzt eine Hardcore-Frage, ob das überhaupt, inwieweit das relevant ist. Aber im Buch Pandorax treffen letztendlich die Dark Angels und ein paar Guardsmen auf einem Planeten, da wird Krieg geführt und so, und Abaddon, der Spoiler ist halt auch da, auf einen Gründer der Grey Knights mit einem Stab. Und der Typ ist ein ultra krasser Psyoniker. Der ist super heftig, der verwamst große Dämonen Solo. Der haut einen Haufen, der haut, glaube ich, so einen nicht Keeper of Secrets, diese großen Vogeldämonen von Scenes. Ja, richtig. Der haut den zusammen und er macht was, was, also sorry, was, aber ich kann mir keinen Charakter vorstellen, der bei Trost ist und sage ich mal, zu so einer Aussage fähig wäre, außer vielleicht Janus, nämlich er sagt, yo, so, geht schon mal vor, Höhle, großer Dämonen, ich bleib doch hier, warum? Weil ich jetzt Abaddon umbringe. Also der hat auch vor, Abaddon umzubringen, bloß er gerät tatsächlich in eine Falle, ich glaube, es waren so eine Art Blanks oder so, die ihn halt ausknocken und Abaddon kann ihn halt leider gefangen nehmen und er war halt einer der Gründer der Grey Knights. Also er war, verbrieft, einer der Gründer, das heißt, es ist einer dieser acht, sage ich mal, entweder war es Janus selbst oder es war dieser Apothekarius, der nämlich ja auch eine Stabwaffe besaß, also eine Kettengläfe. Das ist, ja, ja, aber es war einer der, es war einer der acht Space Marines und ich tippe ein bisschen darauf, dass das vielleicht Janus war, der irgendwo eingeknastet ist und ich weiß nicht wieso, aber ich könnte mir halt auch vorstellen, irgendwie muss ja, also irgendwie muss ja Abaddon Magnus überzeugt bekommen haben, bei ihm mitzuspielen in seinem Team. Und weil Magnus macht ja basically nichts anderes als Space Wolves anzugreifen und dabei Thousand Sons zu verlieren. Ja, sorry, das ist sein Ding. Aber was ist denn, wenn Abaddon Janus eingesackt hat und Magnus damit ködert und ihn irgendwo hingesteckt hat, wo halt Magnus nicht so leicht rankommt, zum Beispiel im Red Braille oder so und ihn mit dieser, mit diesem Noble Shard halt immer noch kümmert, ich sag, ködert, ich sag ja nicht, dass Magnus sich mit Janus vereinigen will, das glaube ich nicht. Ich glaube, er will Janus umbringen, weil er halt einfach beweisen will, dass er halt, ähm, naja, nicht der mächtigste, also dass er der, dass er die, naja, Mensch, die große, echte Variante von Magnus ist und das macht eine Menge Sachen auf, weil entweder kehrt Janus irgendwann mal zurück, führt die Grey Knights an mit einem Refresh, neue Grey Knights Modelle und dann geht's volles Brett gegen Magnus, würde ja auch passen in der Hinsicht, dass, klar, man kann die, äh, Space Wolves immer wieder rausziehen als Fraktion, man kann aber auch die Grey Knights reinbringen, weil die hängen ja auch noch eine ganze Menge mit dieser, äh, Magnus Nummer zusammen und Thousand Suns, die sind nämlich immer fast wieder präsent, die Figur hätte wahrscheinlich die gleichen Fähigkeiten wie Mark, das heißt, er bufft diese ganze Armee und ja, man könnte auch eine andere Story aufmachen, nämlich dass diese Vereinigung wieder gelingt, in jedem Fall wird Magnus auf jeden Fall eine ganze Menge interessanter und ist nicht nur einfach und verbittert, weil wie eklig wäre es denn für Magnus, wenn der sich wieder mit Janus vereinigt und dann halt immer noch Chaos ist, aber realisiert, was er angerichtet hat und dass er eigentlich falsch liegt und das macht ihn halt total widersprüchlich wieder. Das wäre krass und dann würde ja wieder dazu kommen, dass ja der Imp scheinbar irgendwie ähm, zumindest die Möglichkeit hat, gefallene Prämarchen zurückzuholen. Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, okay, Janus kann, den, konnte damals den goldenen Thron nicht verwenden und da ist jetzt eigentlich die Frage, warum? Weil, das wäre nämlich auch noch so ein Punkt, wenn Janus alles war, was Magnus je sein sollte, dann wäre es, also, wäre es vielleicht in irgendeiner Version immer noch möglich, dass er den Platz des Imperatus mal einnehmen könnte auf dem Thron und sich dafür opfert oder so. Ja. Keine Ahnung, aber diese ganzen, ich kann tatsächlich hier jetzt keine abschließende Supertheorie sagen, also entweder, wie gesagt, entweder steckt der Typ jetzt in Caldorailo mit drin, entweder lebt er noch und ist versteckt auf dem Titan oder handelt sogar noch, entweder ist er verschwunden oder er ist von Abaddon halt eingesackt worden in Pandorax, könnte man irgendwann mal aufgreifen. Wäre ein bisschen so eine schwierige Situation, wie so mit Ra andymion, super krasse Charaktere, die von Abaddon einfach weggesnackt werden, aber wer weiß, wer weiß, ich denke aber erst, also, der Punkt ist, Leute, man hätte diesen Charakter nicht erschaffen müssen, das ist nämlich mein großer Punkt daran, weil er keinen Zweck erfüllt. Ob jetzt Arvida oder Janus da steht, ist eigentlich scheißegal, also man, weil der Punkt ist, ja, man muss diese Charaktere von Magnus halt wegschaffen von Terra, damit er in Fury of Magnus nicht mehr drauf zugreifen könnte, man hätte es aber auch einfach umbringen können. Das wäre gegangen, weil das machen sie ja basically zum Beispiel mit dem Kriegeranteil von Magnus. Man hätte den ja auch einfach umlegen können, aber haben sie nicht getan, nein, man hat sich entschieden, wir erschaffen Janus. Das heißt, sie haben mit diesem Charakter was vor, weil man baut sich nicht ein Schattenprimarchen oder so ein Demi-Primarchen, wie man es nennen will, um den dann einfach 10.000, ja, und der ist dann auf Screen wieder gestorben. Das ergibt narrativ und vereint verkaufstechnisch überhaupt keinen Sinn, weil, man muss ja auch mal sehen, Kaldo Dreigo ist bekannt, aber, ich meine, du akzeptierst, dass der sowas kann, weil er halt ein Doomslayer ist. Aber, und er ist witzig, irgendwie, aber cool und gut geschrieben ist was anderes. Absolut nicht gut geschrieben, aber, ich finde, ähm, das Forte Capen-Eversum ist so groß, dass es auch solche Charaktere geben kann. Alter, ganz ehrlich, wir hatten fucking Alexander dem Großen, der, äh, lore-mäßig, also, wenn wir rechnen, Zeit und eroberte Systeme, mehr Systeme erobert hat in kürzester Zeit als der große Kreuzzug. Und mit einem ineffizienteren Imperium. Ja. Also, der Fuck, Alter. Also, ich meine, das akzeptieren wir auch, also können wir auch einen Doomslayer akzeptieren, ganz ehrlich. Richtig möglich, absolut richtig, aber der Vorteil ist, bei Machiachios, oder wie er hieß, Machiachios, der liegt in der Vergangenheit und das ist eine Legende, wo man sagt, okay, also wo man immer noch argumentieren kann, ja, das ist jetzt auch ein bisschen aufgebauscht, so Fakten in 40K ist ja sowieso immer so ein Punkt. Aber, Janus bietet eine super Möglichkeit, einen sehr interessanten Charakter reinzubringen, eine Geschichte mit Magnus wieder anzustoßen, weil der muss ja auch irgendwas machen und da kann er jetzt nicht bis zur Wolfszeit rumchillen und selbst das wäre irgendwie auch wieder lame, weil es ist, also, sorry, der Kampf zwischen Russ und Magnus bietet drei Ausgänge. Magnus gewinnt, was dumm wäre irgendwie, Russ gewinnt, was langweilig und voraussichtbar wäre oder keiner gewinnt. Aber mit so einem Janus-Ding wird es nochmal ganz, ganz anders und die Geschichte wird nochmal super interessant und wie gesagt, sie haben diesen Charakter erschaffen, wozu, warum? Nur damit er letztendlich gar nichts macht, weil, sorry, basically ist der Typ aufgeploppt, hat nichts getan und ist gegangen und ist super krass mächtig und ach ja, War of a Beast, plopp, aber hallo und dann auch ja, genau und deswegen sage ich, Janus' Geschichte ist noch lange nicht auserzählt, er ist auch nicht in der Void von Wo wir nie wieder Charaktere rausholen geparkt, wie der früheren Klon, sondern Janus ist irgendwo, er wird irgendwas tun und er wird vielleicht noch befreit werden und ich sag mal so, diese ganze Geschichte, es geht alles zum Rap Ray und öfter der Tore und all so ein Kram, das riecht halt einfach schon so nach dem Motto, da könntest du ihn irgendwie mit reinbringen, irgendwie wird er da nochmal eine Rolle spielen oder vielleicht auch gar nicht, vielleicht laber ich ja auch einfach nur scheiße und ich wünsche mir das einfach für so einen Charakter ein bisschen, aber ich sehe halt eine ganze, 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 ganze Menge Charakterpotenzial, der ist jetzt vielleicht nicht demnächst ausgeschöpft wird, geschöpft wird, vielleicht jetzt auch nicht im nächsten Story-Act danach, aber so in ein paar Jahren, wer weiß, wer weiß, wer weiß, ich meine, man muss ja auch irgendwas machen, wenn die vier Verräter primärchen mal zurückgekehrt sind und dann der Kahn natürlich auch und Ferus Manus. Und ich meine, das sind ja Dämonen, also was würde da besser passen, als den Dämonenkiller Nummer eins neben Carlo Drago natürlich dann zurückzubringen. Und wie geil ist es, wenn Magnus da steht und erstmal so, also sorry, aber Magnus kann nicht ignorieren, dass das da hätte er sein können. Du kennst doch dieses Meme von den Spider-Mans, die sich gegenseitig angucken und aufeinander zeigen. Das sind dann die beiden. Genau. Und vor allem, wie geil wäre das, wenn Janus halt wirklich so aktiv sah, also Magnus würde ja voll auf diesem Trip sein, dass das er ist. Also du bist zwei Fehlendateien, du bla 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 bla, du bist gar nichts ohne mich. Und Janus, also wäre auch geil für ihn als Charakter oder in dem Buch da mal zu beschreiben, so nach Motto, ja nee, also ich bin vielleicht aus dir entstanden, aber ich bin so viel mehr und so viel weniger zeitgleich und ich bin ich, weißt du? Ja. Ja, aber okay, war jetzt vielleicht eher so ein kleiner Talk und so ein kleines Wort und wir leben jetzt einfach als Theorie-Klamauks, weil unser Podcast, aber was meinst du denn, Max, zu dem Charakter, zu der ganzen Nummer hier so, ja, das meine ich dazu. Ich finde diesen Charakter insofern spannend, weil wir nicht wissen, was mit ihm passiert ist. Und ich sage es immer wieder, ein Charakter im 40K ist erst dann tot, wenn er onscreen, in Anführungszeichen, also in einem Buch oder irgendwas, gestorben ist. Er kommt nicht, aber es dann ist. Ja, richtig, es ist halt einfach Stannis. Nee, also deswegen, ich finde es halt interessant, das ist wieder so ein Mythos, ja, er ist tot und dann fragst du, aber woher denn? Wo ist das denn beschrieben, dass er tot ist? Genau. Und dann sagen alle, ja, der hat das gesagt, aber eine wirkliche Quelle findest du dazu nicht, deswegen, ähm, also es wäre geil, wenn er wiederkommt und ich stelle mir als, ganz ehrlich, Caldor Drago, so wie er jetzt ist und Janus zusammen gegen, keine Ahnung, irgendeinen Dämonenprimarchen, Alter, das wäre schon geil. Das wäre schon richtig nice. Ja. Weil, ganz ehrlich, also wir haben hier Caldor Drago, ist halt gut, ist halt die Frage, ob das Canon bleibt, dass er Mortarion besiegt hat, ist halt die Frage. Könnte man auch Endnen überlebt. Ja, richtig, es sei denn natürlich, man benutzt dieses, Mortarion hat irgendeinen Namen, ob es jetzt sein eigener wahrer Name ist oder ob es der von Caldor Drago ist oder von seinem Vorgänger, ist eigentlich scheißegal, auf seinem Herz stehen, dass das vielleicht ein ausschlaggebender Punkt dazu ist, dass er vom Imperator wieder zurückgedreht wird oder wie auch immer. Wäre natürlich ziemlich cool in der Hinsicht, dass man das dann quasi nutzt, aber kein Plan. Also wenn man Caldor Drago so OP lässt, was ich wirklich hoffe, weil, ganz ehrlich, es ist halt mittlerweile, wenn du auf Reddit guckst zu Caldor Drago, es ist halt, er wird halt durchweg als der Doomslayer des 40k bezeichnet. Er ist halt einfach der fucking Doomslayer des 40k. Das ist jetzt nicht irgendwie sowas, was nur wir irgendwie so als Joke gesagt haben, nein, das ist in der Community relativ weit verbreitet. Aber Memes sind ja auch keine Fakten im Sinne, Dark Angels Verräter und so ein Bums. Ja, 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 genau. Aber man muss ja, nee, aber ich wollte noch kurz anmerken, dass halt, ja, ja, also klar, er wird ja so gesehen, aber er ist ja trotzdem nicht supergeil beliebt. Natürlich nicht, aber, ja, was heißt beliebt? Es gibt natürlich welche, die sagen, ah, das ist viel zu overpowered, aber Leute, es ist das 40k. Ja, also, overpowered, das ist, ja, nicht mal der zweite Vorname von 40k. Das ist eigentlich, wenn man 40k sagt, dann weiß man, dass alles völlig bescheuert overpowered ist und, ja, selbst ein Kaldor Drago kann in der Form, die er jetzt hat, definitiv von irgendwas besiegt werden, äh, um es mit Qui-Gon Jins Worten zu sagen, es gibt immer einen noch größeren Fisch. Also, ja. Das, das muss man halt wirklich mal sagen und ich glaube zum Beispiel, dass sich ein Kaldor Drago gegen einen weltlichen Gegner gar nicht mal so viel besser als ein anderer Space Marine schlagen würde. Ja, würde ich auch mal sagen. äh, oder in irgendeiner Situation, wo er seine Warp-Kräfte nicht einsetzen kann. Jetzt stell dir einfach mal vor, der kloppt sich mit irgendeinem, ähm, während im Nachbarraum, der muss ja nicht mal direkt daneben sein, im Nachbarraum ein Nullmaiden steht. Ja, und was machst du dann? Ich würde... Die Aura reicht bis dahin, aber deine, äh, deine Psyonika-Kräfte kannst du nicht einsetzen. Ich bin, ich bin einfach der Meinung, allein schon zum Beispiel ein, äh, ein Org würde reichen. Ja, gut. Na, wobei, also einen Org, den kannst du auch mit Psyonik... Nicht einen Org, aber zum Beispiel so ein hochgebuffter Gaskul oder so, wär schon ein Problem. Ja. Ja, 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 ja. Also, ich sag halt, Org, Necrons und so, das wär halt für Grey Knights nicht, wiederum nicht so was. Ja, Necrons auf jeden Fall. Necrons auf jeden Fall. Da, da bin ich dabei. Ja, auch. Ähm, weil die, weil die mittlerweile so viel krassen Anti-Psyonika-Shit haben, ähm, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Carlo Dregel da halt hart abkackt dagegen. Und wo ich aber der Meinung bin, sie würden sie vollkommen auseinandernehmen, weil sie es nicht raffen, sind die Tau. Also, so geil ein Duell zwischen Farseid und Dings wäre, aber, das ist ja auch noch ein Punkt, was zum Beispiel ein bisschen dagegen spricht, dass Janus' Seele in ihm steckt. Magnus ist halt ein mächtiger Psyoniker und all das, aber was halt so er reißt mit Schildschwert und so, das passt nicht so ganz zu ihm. Mhm. Also, ja, wie man das jetzt löst mit Kaido Dregel, ob man ihn halt rausnimmt, ob man ihn umbringt oder so, aber ich sehe halt schon Beispiel, sie haben ja auch wirklich aktiv versucht, ihn aus dem Setting zu nehmen mit dieser, er wird immer ins Warp gesaugte Nummer. Naja. Ja, super interessanter Charakter und halt viel Potenzial und natürlich jetzt kein Arc, der so hier schnell behandelt wird, aber ich glaube, es wird auch mal Zeit, über sowas mal zu sprechen, wollte sowieso mal lange was zum Gründer der Grey Knights machen oder einem der Gründer. Zu einem der Gründer, ja. Ja, können wir auch die Geschichte aller Gründer mal sich mal angucken irgendwann. Nun ja. Oh mein Gott. Falls ihr darauf Bock habt, schreibt uns natürlich in die Kommentare, was haltet ihr von Janus, was macht er noch und Max, äh, wir haben ja... Man hole mir den Bibliothekar der Bibliothek der Themen. Ach genau, ja, stimmt. Es müssen neue Dinge aufgenommen werden. Ja, Schleifens Themenwünsche, unbedingt. Müssen wir demnächst wirklich mal wieder machen. Ach so, Max, aber wir haben ja schon mal über Kassel und Crow geredet, ne? Echt? Wer ist denn das? Na, das war ja der Typ mit dem Dämonenschwert von den Grey Knights. Ah ja, natürlich, ich erinnere mich. Ja, und dann war ja noch diese Nummer mit dem depressiven Cyborg und so, äh, Dreadnought, stimmt, das war ja diese. Äh, aber sag mal, Max, das ist ja gar nicht so regulär auf YouTube erschienen, auch nicht hier. Sag mal, wo kann man sich das denn noch anhören? Ja, das kannst du dir anhören, wenn du uns Geld in den Arsch pustest. Nein, ähm, wenn ihr uns unterstützen möchtet, über Steady beispielsweise, oder natürlich geht auch über YouTube, aber über Steady habt ihr ein paar mehr Vorteile. Auf YouTube bekommt ihr einmal pro Monat eine Sonderfolge, auf Steady bekommt ihr, äh, nicht einmal im Monat, einmal im, äh, was haben wir gesagt, ein Vierteljahr. Es tut mir leid. Ja, ich sag mal so, vielleicht kommen wir noch mal Quatsch, ob man das auch noch ein bisschen abspeeden kann, so langsam, aber schauen wir mal. müssen wir schauen. Und aus Steady bekommt ihr einmal im Monat eine Sonderfolge, ähm, zu diversen Themen, also diversen Charakteren. Wir nehmen uns da jeder, je nachdem, ob es ein größerer Charakter ist oder ein etwas kleinere, entweder jeder einen Charakter oder pro Folge einen Charakter, den wir sehr tief in Tiefe auseinandernehmen und uns mal ganz genau beleuchten. Da habt ihr zum Beispiel auch die depressiven, äh, Dreadnought, ähm, sehen können. Und, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, bekommt ihr Zugang zu unserem Discord-Server, auf dem ein kleines, mittlerweile recht großes Projekt, über das ich mittlerweile komplett den Überblick verloren habe. Ist aber nicht schlimm, wir haben einen eigenen Wiki-Artikel inzwischen. Ernsthaft? Ja, es gibt ein Wiki, es hat Konrad angelegt. Alter, Konrad, du bist so ein bekloppter Typ. Äh, Konrad, unser Meister des Archivs, wird euch natürlich sehr gerne in die Geheimnisse der zweiten Legion einführen, wenn ihr uns auf dem Discord joint. Wir würden uns freuen, euch begrüßen zu können, weil, ja, hin und wieder schreiben wir da auch mal, also Julian schreibt häufiger als ich, ähm, ich gehöre eher zu den Lurkern, aber ihr könnt natürlich auch gerne aktiv dort mitmachen, wenn ihr natürlich genau dasselbe macht wie ich und ein bisschen rumlurkt, ist das natürlich auch völlig in Ordnung, man muss sich da nicht aktiv beteiligen. Und ich muss mal anmerken, wir machen auch aktiv was mit dem Geld, weil wir hatten tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten gerade in der Folge. Aber Max, dafür konnte ich gerade ein Paket abholen und ich sitze tatsächlich neben der Kamera gerade und auf der ist ein wunderbares neues 250-Euro-Mikrofon aufgeploppt. Oh, wow. Ja, das heißt, die Mikrofonschläge gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Also, das fliegt auch wirklich in die Technik, da müsst ihr euch jetzt, weiter auf, abgesehen, es ist der, ich sag mal so, Vollzeit-YouTube aus Barcelona ist noch nicht drin. Ja, nee. Nee. Oder eine Villa in der Türkei. Aber man könnte vielleicht mal so Gold freibauen, also, dass man sagt, okay, ey, man erreicht so und so viele Leute und dann machen wir, was weiß ich, die komplette Dorni und Harry, sie erklärt oder so, Quatsch. Ach, das Problem ist ja, Julian, dann müssten, dann hätten wir einen Zwang dahinter und aktuell ist dieses Projekt ja das, worauf wir Bock haben, weil ich erinnere mich mal, dass wir mal einen Upload-Plan hatten. Den haben wir ja, den haben wir ja auch ungefähr immer noch. Ja, ja, ja. Aber bevor es hier zu Pointless wird, hören wir noch nicht auf, denn ich hab mal was vorgeschrieben, Max, das ziehen wir jetzt nämlich einfach mal, äh, nämlich, ich würd sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, weil wir nicht so lange sind und ich würde sagen, weil wir noch so viele Fragen aus unserem Fragen-Trad aus... Wir sind ja erst bei einer Stunde 18, hey. Dann würde ich sagen, halb bis halb können wir noch machen. Super. Nicht mit meiner Stunde. Das heißt, ziehen wir uns noch mal fix zwei Fragen raus aus dem Fragen-Trad auf Discord, würde ich sagen. Äh, wenn ich den gerade finde, eure Fragen hier. Ja. Ähm. Sehr, sehr viele Fragen. Ich fand tatsächlich vom Discord die letzte Frage von Konrad sehr interessant. Witzig. Die hab ich auch grad gelesen. Weil, pass auf, Konrad hat nämlich gefragt, was ich sehr cool finde, ähm, du hast ja in jedem RPG so das Ziel eigenes Haus, also so ein Player-Home, äh, einrichten, aufrüsten. Und jetzt hat er halt gefragt, was wir uns so für Immobilien holen würden. Also wär das eher so ein Landgut, wär das so eine Halbeinheit in, in so einer Makropole, wär das irgendwie eine Untergrundbasis auf irgendeinem verlassenen Planeten oder auf einer Freudenwelt vielleicht irgendwas oder vielleicht halt einfach ein Raumschiff. Und, ähm, ich für mich bin ganz ehrlich, ich seh das ja, wenn ich mir sowas leisten könnte, wär ich ja wahrscheinlich Rogue-Trader, so halt, ne, ähm, dann definitiv ein Raumschiff. Weil, das hätt ich immer dabei, ähm, müsste also nicht irgendwie erst, keine Ahnung, monatelang durch den Warp fliegen, nur um mich dann so ein paar Wochen auf meinem Landgut ausruhen zu können. Das ist halt auch irgendwie kacke. Ähm, ja, deswegen Raumschiff. Aber Julian, wie siehst du das? Hm, also ich geh jetzt mal davon aus, ich, äh, hab auch einen Raumschiff, das heißt, ich bin ja auch in der Lage rumzufliegen. Ich seh das jetzt ein bisschen wie bei dem MMO, so Thema Housing, ne? Ja, ja, genau, genau. Genau. Und ich würd, ich bin, ich geb's zu, ich bin influenced von Eisenhorn und von meinem Lieblingshexter Azek Ariman, ich würd mir tatsächlich ein Weingut gönnen. Ja, natürlich. Auf einem Berg, so, weißt du, und dann hast du da oben so ein schönes Haus, so ein bisschen so natürlich, also nicht so eine erschlagene Gotik, weißt du, also schon, dass es in imperialen Kontext passt und so, aber ausgedehnte Gärten natürlich und dieses Weingut drumherum. Aber, kleines Gimmick, ich würde in diesem Berg drinnen halt so, wie so meine Basis haben, also das da halt, was weiß ich, da geht halt mal das Feld auf und da ist dann der Hangar drinnen, ne? Also von außen Stil und von innen sehr viel, könnte man sagen. Ja, da hab ich auch kurz drüber nachgedacht, das Ding ist halt ... Und auf einer Agrarwelt, also so einer Agrarwelt, das wär mir super wichtig. Das Ding ist halt, hab ich auch drüber nachgedacht, wäre halt ne coole Idee, also ich mein, alleine der Gedanke, sich auf irgendeine Terrasse chillen zu können und in den Sonnenuntergang zu blicken, ist schon geil. Ja. Auf so einem Weingut. Aber, stell dir vor, das ist an einem Ende der Galaxis und du musst, nur um zu deiner Basis zu kommen, ähm, elend lange unterwegs sein. Das ist halt die Frage für mich, was ist der Sinn von so einer Basis? In so einem ... Weil du, als Rogue Trader bist du sowieso kaum im Imperium. Du bist ja als Rogue Trader meistens draußen irgendwo unterwegs. Ähm, und die Frage ist halt, was bringt dir diese Basis? Eine Basis ist irgendwas, wo ich aufmunitionieren kann. Weißt du? Wo ich, ähm, rekrutieren kann. Wo ich Dinge reparieren kann. Als Rogue Trader mach ich das on the fly oder auf irgendeiner, äh, imperialen Welt, wo ich gerade hingehe und sage, jo, ich brauch neue Leute und die hol ich mir da. Ich glaube, das spricht zwei Punkte mir an. A, ich bin ein sesshafter Typ. Also ... Ja, ich gar nicht. Ja, siehst du? Genau. Also ich bin so jemand, ich hab halt gern diesen Hafen, wo ich halt gerne bin und so, und von dem starte ich gern durch. Das ist im Real Life genauso. Ja gut, das hab ich auch. Aber was, das ist mir scheißegal. Das kann auch ein Boot sein. Zweiter Punkt. Also ich seh das so ein bisschen so, ich würd halt, glaub ich, aktiv versuchen, einfach, weil ich so ein Mensch bin, das Imperium oder die Welt oder den Sektor, wo ich bin, zu verbessern. Und ich würd tatsächlich in diesem Weingut ne Schule aufbauen. Also wenn wir das jetzt so einfach mal weiterspenden, wir haben ja alles, du bist jetzt ein Rogue Trader von mir aus. Ich weiß nicht, ob ich gern ein Quisitor wäre, aber ich denk vielleicht in dem Fall schon und würde da tatsächlich nicht nur meinen Nachwuchs ranziehen, sondern einfach so ein bisschen, ja, so ein Netzwerk, sag ich mal. Du kommst halt von dieser Schule und bist halt in allem halt aus, also Nahkampf, Fernkampf, Infiltration, so ein bisschen so, ne, wie so ein kleiner geheimer Tempel, so ein Jedi-Tempel, sag ich mal. Das kannst du aber halt auch auf dem Schiff machen. Kann ich auch, aber ich find das halt auf dem Boden wirklich schöner. Und das ist ja im Ende, im Endeffekt halt auch noch so Interpretationssache. Ja, natürlich. Also das Ding ist, was du sagst, so einen sicheren Heimathafen, das ist halt schon geil. Klar, my home is my castle, sag ich ja nur. Ist bei mir ja nicht anders. Ich bin auch unglaublich gerne in meiner Bude und hab niemanden um mich herum, einfach weil ich, keine Ahnung, introvertiert bin. Du bist ein komischer Mann. Gib's einfach zu. Ja, ist halt einfach so. Ne, also ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber mir ist es halt zum Beispiel völlig relevo, meine Heimatbasis ist. weißt du, also für mich ist halt, für mich wäre halt eine Basis auf einem Raumschiff, weil als Rogue Trader, geh mal davon aus, du hast eine Flotte oder irgendwas, eine kleine Basis auf einem Raumschiff ist super geil, weil du bist mobil, du kannst dahin, wo du hin willst, du bist nicht an einen Ort gebunden. Ähm, ist für mich tatsächlich mehr. Ich würde tatsächlich in der Hinsicht sagen, ja, aber was mich so ein bisschen reizt, um das Thema jetzt mal abzuschließen, ist diese absolute Ambivalenz zum 40K-Universum. Ich meine, da passieren die schlimmsten Kriege, alle so ein Scheiß und ein riesengroßes Raumschiff, was super sicher ist und so alles eine logische Entscheidung. Aber ich muss halt immer an Ariman denken, der mal Wein ziehen wollte und diese Vorstellung, dass dieser Space Marine einfach irgendwann auf seiner Terrasse sitzt und Wein trinkt, während das Universum halt immer noch sich weiterdreht, das finde ich halt so schön. und auch diese Idee, was mir an diesen Eisenhorn-Büchern gefällt, ist, dass am Anfang oder zwischendrin man immer diese Szene hat, okay, die sind durch die Scheiße der Welt gegangen, aber gerade sitzen sie beim Frühstück einfach auf einer Terrasse unter dem blauen Himmel und das ist, das ist so dieser Flicken Menschlichkeit und Schönheit, den ich mir da einfach beibehalten würde. Aber, Tobias Meister der Ausbildung, wir haben ja gedacht, zwei Fragen, war halt ein bisschen ausführlicher, aber scheiß drauf, unser Podcast. Der hat uns eine, also Konrad hat eine sehr, sehr lange Frage und so hat Tobias jetzt drei sehr kleine oder eigentlich zwei kleine, welche ich gelesen habe. Erste Frage kann leider nur ich beantworten, aber mal kurz, wie war das Training mit Tetzel? Das war tatsächlich kein Training, das war ein Wettkampf, also alle, die das jetzt halt mal verpasst haben, ich war mal im Sommer auf einem Wettkampf gewesen, so Powerlifting Strongman mäßig, wo er halt auch da war, es war von meiner Firma aus, ich hab da auch ein bisschen gedreht und so, wer sucht, findet das Video tatsächlich wahrscheinlich sogar online. Wer sucht, der findet? Ja, Konrad übrigens, du hast mich gefunden, du hast meinen Arbeits- YouTube-Account gefunden, es ist dir verboten, diesen Link zu teilen. Auf Todesstrafe. Ja, dann schicke ich meinen anderen Absolutionspriester. Oh, genau. Den privaten Absolutionspriester. Kurzum, Tetzel, super Typ, extrem sympathisch, super bodenständig, man konnte ihn alles fragen, der war für alles offen, also kommt er hier auch aus der Region, einfach, also war echt geil, mit ihm mal zu quatschen, und vor allen Dingen, man hat was mitgenommen. Und, ja Max, wie haben wir wirklich festgestellt, dass wir Sport in unserem Leben brauchen? Ich glaub, die Antwort ist bei dir ein bisschen kürzer als bei mir vielleicht. Keine Ahnung. Ich merke zum Beispiel aktuell, weil ich erkältet bin, dass ich halt, ich bin halt kein dummer Mensch und gehe halt nicht zum Sport, wenn ich erkältet bin. Halte durch dran. Äh, ist wirklich so, ist wirklich so, Leute, also, äh, 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 Myokarditis ist halt echt nicht schön. Und das kriegt ihr halt relativ schnell, äh, wenn ihr so eine Scheiße macht. Ähm, ich hab halt schon lange immer mal wieder versucht, mit Sport anzufangen, bin aber halt nie über diese Schwelle raus, äh, rübergekommen, wo man halt dann einfach das als Teil des Alltags aufnimmt. Und was viele gesagt haben, dass man das eigentlich, da muss man einmal drüber kommen und dann, ähm, ja, passt das eigentlich. Dann braucht man keine große Motivation mehr. Da bin ich lange nicht drüber gekommen und ich laufe aktuell durch die Krankheit auch wieder Gefahr, äh, da abzufallen, denke ich. Aber am Ende, im Endeffekt, hab ich das festgestellt, weil ich nach Covid, ich hatte zweimal Corona, hat meine Lunge ziemlich gelitten und ich hab dann auf einem Laf festgestellt, dass, ich konnte beispielsweise, ich hab meine Rüstung, ja, irgendwann mal, hab ich ja drüber geredet, komplett selber gemacht, et cetera. Das sind, äh, ich glaub knappe 18 Kilo, wenn alles dran ist, also Kettenhemd, Lamelle, alle möglichen Dinge. Damit hatte ich 2019 kein Problem mit, einmal quer übers Schlachtfeld zu rennen und dann immer noch schwarzes Eis zu verprügeln. Ähm, wann war das? 21 oder 22? 22, ne? War das erste Conquest wieder? Das erste Conquest war 22, ja, letztes Jahr. Ja, doch genau, 22. Ähm, da hatte ich diese Rüstung an und dachte mir, yo, ich bin froh, wenn ich bis zum Schlachtfeld komme, ohne umzukippen. Und, ähm, dann auch in den Trainings, die wir dann ja regelmäßig gemacht haben, wo ich leider auch nicht regelmäßig dabei war, aber, ja, das war was anderes, habe ich festgestellt, dass meine Aufsauer extrem beschissen ist und deswegen habe ich mich im Endeffekt dann dafür entschieden, was dagegen zu tun. Ja, Julian, wie war es denn bei dir? Ich weiß, das ist ein bisschen komplizierter bei dir. Ja, naja, ich mochte ja Sport schon immer, also, das, also dieses Körperliche war schon immer meins, äh, aber irgendwann war der PC und sage ich mal, die MMO ist ein bisschen interessanter und Pizza ist ja auch ganz lecker. Ja, das ist richtig. So könnte man das beschreiben und, ja, dann war das so, dass mir meine Schwester mal einen McFit-Gutschein da gelassen hat, mit einem Zettel dran, da stand drauf, damit du ein bisschen weiter, äh, mehr aussiehst wie deine Idole und, meine Idole waren damals halt, so Leute, so mit 15, 16, vorneweg, ich war da ein Spätsünder, ich hab halt, nee, 14, 14, 15 war das genau, äh, ich hab halt Wrestling als vorher nie geschaut, das war so eine, da kam das dann mal auf ProSieben und dann hab ich mir das halt angeguckt und, ja, ähm, das war ganz geil, da hatte ich auch recht viel Spaß dran, weil ich war dann im Fitnessstudio, ihr habt gemerkt, hier sind andere Leute, mit denen man sich ständig messen kann und das war so geil, ich hab tatsächlich an dem Tag meinen Trainingsplan zweimal durchgezogen, weil ich noch so viel Zeit hatte und da hat mich mein Vater abgeholt von dem Fitti, da war ich so 15,5 glaube ich und, äh, also gerade so, du konntest halt gerade ins Fitnessstudio gehen und ich war sofort da und, ja, ich hab gelitten die nächsten Tage und das war dann auch immer so, ich hab das halt gern gemacht, war auch recht in Form und, ja, dann kommt halt das, was einen manchmal ein bisschen rauskickt, so ehrlich muss man doch sein und das ist dann halt die Beziehung, äh, und das Ende davon war dann vier Jahre später auch, dass das tatsächlich so ein bisschen der Grund war, warum ich dann auch wieder krass angefangen hab, aufgrund mangelnder Alternative, kann man nicht anders nennen, weil, seht mal meine Perspektive damals, meine Beziehung war vorbei, es war mitten in Corona, ich bin ein sehr aktiver Mensch, ich wusste nicht, was ich machen soll und, ja, Bars ging ja nicht, Lab ging ja nicht, Airsoft ging ja nicht, es ging ja gar nix, also es ging ja nichts, außer mein Kumpel, der halt, äh, Zugang zu Trainingsgeräten hatte, im privaten Bereich und der dann meinte, ja, da kommst du halt mit trainieren und Julian kam mit trainieren, sechs Monate lang, basically haben wir nichts anderes getan, das ist kein Witz, also ich bin halt, äh, morgens aufgestanden, um acht hat er mich eingesackt, dann sind wir zu der Halle gefahren, wo wir seinen Zeug hatten stehen, dann haben wir da trainiert, drei, vier Stunden, also mit Quatsch und so, nebenher noch und vorher noch ein bisschen rumsitzen und, naja, und danach sind wir noch Essen gefahren, dann bin ich nach Hause gefahren meistens, dann war ich noch joggen, dann habe ich einen Homeworkout gemacht, dann war der Tag schon wieder vorbei, joa, und dann habe ich ein halbes Jahr gemacht und danach musste ich vom Sport erstmal ein bisschen runterkommen, also ich war auch zwischendurch ganz schön, sag ich mal so, nicht so wie heute, also im Sinne von definiert, es gibt ein Foto von mir, da kannst du auf dem Konzert sämtliche Adern an meinem Arm sehen, da hast du das Gefühl, ich ziehe den Sänger gleich über die Balustrade, weil ich den da so einschlage, naja, und irgendwie ist das halt geblieben, also Sport ist geil, macht mir immer noch Spaß und war einfach, glaube ich, so ein bisschen so mein Ventil für alles, also dieses, ich weiß nicht, wenn andere sich halt einkuscheln, wenn es ihnen scheiße geht oder wenn sie wütend sind und alles so mit ihren Emotionen nicht können oder ihr habt einfach einen scheiß Tag gehabt und jetzt wollt ihr nur noch nach Hause und euch auf die Couch setzen, eure Lieblingsserie anmachen und die ganze Welt vergessen, kann ich voll verstehen, aber mich findet ihr dann halt im Gym, weil ich mir denke, ihr Wichser und ja, das ist es basically, gut, ich habe letztens, also letztens vor, kurz vor dieser Aufnahme ein Meme gelesen, da standen da so andere Gründe, außer irgendwie in Form zu kommen, Sport zu machen oder ins Gym zu gehen und da stand ganz unten mal endlich ungestört Musik hören und da dachte ich mir so im einen Moment so, jo, das fühle ich aber so richtig, weil im Grunde genommen bei uns läuft sowieso halt immer dieses, ja, irgendeine Elektromucke, irgendwas Päppiges, kennst du, die typische Fitnessstudio-Mucke, die läuft halt bei uns relativ laut, ist halt nicht meine Musik und ich kann mir halt endlich mal, außer wenn ich alleine Auto fahre, da geht das noch, aber mache ich halt auch nicht so oft, einfach Kopfhörer aufsetzen, und mal schön gepflegt eineinhalb bis zwei Stunden lang durchweg Metal hören. Das ist schon geil. Deswegen, das fühle ich. Das Witzige ist halt daran, muss ich kurz sagen, ich weiß Leute, ihr wollt nach Hause, aber ihr seid ja irgendwie immer noch da, während wir hier überhaupt scheißquatschen. Tja, selbst schuld. Der Punkt ist, da unten ist der Pauseknopf, ja, der Pauseknopf, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, dann drück da drauf. Plus Leute, bewertet uns mal bitte jetzt mal auf Spotify, also wenn ihr hier noch sitzt, dann könnt ihr euch den Kram mal geben, weil Leute, ich habe noch ein Ziel, das sind 500 positive Bewertungen vor Ende des Jahres, und das macht ihr jetzt mal. Ich kann ja nicht sein, dass du uns hier ewig hörst und dich bewertest. Fünf Sterne, danke. So, abschließend Wort zum Thema Musik. Ich höre durch meinen Job ja jeden Tag so Unmengen an Musik. Also wirklich, ich höre ja dauerhaft Musik. Ich stehe morgens auf, ich höre Musik, ich fahre ins Fitnessstudio, ich höre dort Musik, ich höre auf der Arbeit nonstop Musik und selbst, damit ich nicht rauskomme, ich bin so, ich höre wirklich dauerhaft Musik, ich stehe vom Rechner auf, weil ich aufs Klo bin, in der Küche, ich packe mir Kopfhörer rein und höre Musik. Ja, so einer bin ich. Deswegen möchte man tatsächlich, ich meinte, dass ich beim Sport angeödet bin, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Hörst du unterschiedlichen Kram beim Sport? Inwiefern unterschiedlich? Also anders als sonst? Na, ich höre zum Beispiel, ich habe halt genau drei Playlists und die gehe ich je nach Tag immer durch. Und nur die. Ich könnte nie was anderes hören. Ich habe, ja, tatsächlich auch drei Playlists. Zwei davon sind nur von mir erstellt, die andere von einer guten Freundin. Ja, ich höre tatsächlich diese eine Playlist dann vor allem. Das ist halt meistens irgendwas, wo halt mehr Peppe, mehr Bums dahinter ist, weil irgendwelche Metal-Balladen sind zwar auch geil, aber es ist nicht so, dass ich mir irgendwie ein Album oder sowas anmache, sondern halt diese Playlist, weil, ja, ich brauche schon ein bisschen was Schnelleres, sage ich mal, sonst penne ich halt ein mit dem Sport. Ja, Techno und Koffein regelt. Oh. Ja, nee, danke. Jetzt sehe ich aber gerade, ich glaube, wir müssen jetzt wirklich mal Schluss machen, denn, Max, wir sind ja viel beschäftigt und viel gefuckte Leute und tatsächlich hat gerade jemand mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, nämlich der liebe Stefan von Tausendstück Imperator und ich glaube, ich werde ihm jetzt mal antworten und in dem Sinne, Leute, bleiben nur noch zwei Worte, weil ich muss jetzt los. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.